Dann mal ein freundliches Moino in die Runde, würde ich sagen. Moin. Hat sie jetzt durchgesetzt. Moino Lukas hat einen sehr guten Auftritt bei uns. Hä? Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Moino Lukas. Der heißt jetzt auch Moino eigentlich mit Vornamen. Das ist neu. Okay. Und deswegen wird jetzt Moino durchgezogen. Jaja, aber als Vornamen. Also gar nicht mehr so. Er will ja, dass das jetzt alle sagen als Begrüßung. Also dann aber Moino lässt ausrichten. Hallo aus dem Allianz-Studio hier bei uns. Podcast und so weiter. Ich weiß, wir haben euch ursprünglich ein bisschen was anderes versprochen. Und für alle, die jetzt gerade schon ganz frisch am Dienstag bei YouTube reinschauen. Da haben wir gesagt, wir machen eigentlich hier so vielleicht mal in der Arena. Aber A, ein bisschen naiv gewesen, zu viel zu tun. Und B, es ist auch nicht so geiles Wetter. Nee, viel zu schlechtes Wetter. Wir hätten das schon hingekriegt, aber es ist einfach viel zu schlechtes Wetter. Ja. Also abmoderiert, aber hart. Keine Chance. Keine Chance. Sorry. Nee, wirklich nicht. Also stand ich mal zur Debatte. Ich habe heute Morgen 15 Grad oder so in Düsseldorf. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Es war heute Morgen eine Katastrophe. Ich bin ganz naiv. Ich habe extra, also da war ich so stolz auf mich. Ich bin heute mit Regenjacke rausgegangen, weil ich wusste, es hat ja die ganze Zeit gepisst. Deswegen hing ich auch noch, also ich war früh wach heute. Habe dann aber zu Hause erst mal einen Laptop gemacht, weil meine Option war, klitschnass hier anzukommen. Ja, ist auch scheiße. Weil es einfach durchgeregnet hat. Und dann habe ich es gelassen. Und dann bin ich aber, dann wurde es irgendwann trocken. Hatte die Regenjacke noch hinten drin. Bin nur in meinem Pulli raus auf dem E-Scooter, weil wirklich ja Samstag und Sonntag gutes Wetter war. Ich bin fast erfroren. Also diese Mood Swings, die jetzt hier gerade hier, der Petrus oder wer auch immer es ist und es da gerade gibt, das ist nicht so schön. Nee. Ist das der Wettertyp? Ich meine ja. Oder irgendein Frosch oder so. Ich glaube, ohne Spaß, das ist mein absoluter Blackspot, dieses Ganze, diese griechischen Götter und sonst, da weiß ich gar nichts. Also dieses Ganze, historisch bin ich ja sowieso schon immer schlecht so, aber diese, aber alles, was mit den, mit irgendwelchen Gottheiten und weiß nicht was oder sonstiges zu tun hat oder irgendwie so, da bin ich halt raus. Ich glaube, das ist wirklich, das muss ich drüber nachdenken, aber ich bin ja sonst auch schon mal ein paar Themen richtig dumm, aber da bin ich, glaube ich, ernsthaft bei Null. Also Zero. Ich weiß nichts davon. Das war witzig, ich hatte mal früher diesen Joker, also das waren dann eher hier diese ganzen römischen Geschichten und so, aber weil ich da so ein bisschen was wusste, mich auskannte, weil ich halt Latein hatte, dann wirst du halt damit konfrontiert. Hatte ich halt nicht, ja. Da hast du immer krass gepunktet, da waren alle mal richtig erstaunt, wenn ich irgendwie bei so Quizspielen oder so so ein paar Götterfragen gut konnte und was ich halt bei Griechisch dann meistens raus war, so, ne? Wobei Herkules geguckt hier, Herkules war früher doch Cartoon-Serie und so, hast du auch geguckt. Ja, das habe ich auch geguckt, das habe ich, glaube ich, sogar auf dem Computer gespielt, dieses Herkules-Spiel. Gab es ein Herkules-Spiel? Wo man der Hydra so den Kopf abschlagen musste und so, das hat er richtig Bock gemacht eigentlich damals. Okay, du warst vor mir Gamer scheinbar. Nö, nö, nö. Wobei, ich habe früher... Ich habe spät angefangen, das darfst du nicht vergessen. Ich habe früher schon immer so, ich habe früh irgendwie diese Kinderspiele und sonstiges am Computer schon immer so gezockt. Das war dann immer so, meine Eltern haben immer so gesagt, so eine Stunde dürfte ich spielen und dann habe ich so eine Stunde so Herkules auf dem Computer gezockt oder so, ja. Du bist ja auch in der Stadt groß geworden, bei dir, bei mir darfst du ja nicht vergessen, bei uns gab es das ja alles wirklich nicht. Kein Computer. Wir hatten so spät erstmal irgendwie dann auch mit Internets, als es dann die Richtung ging. Ja, aber da gab es doch nichts mit Internet, du hast eine CD eingelegt, Bruder. Früher Diskette, das allererste, was ich irgendwann gespielt habe, das musste man sich immer reinziehen, die ganzen Jungenwilden, da hat man eine Diskette in seinen PC vorne reingemacht und wenn man einen PC hatte, war man schon krass. Und dann gab es da irgendwie so ein paar 2D-Spiele, wo du so ein bisschen hier mit den Tasten links, rechts, so ein bisschen da konntest. Hast du Lemming, Lemming, Lemming gespielt oder Lemmings oder sonstiges? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Die Leute fallen aus so einer Tür und laufen halt immer in eine Richtung und müssen halt am Ende, musst du so und so viele von allen Lemmings, die da runterfallen, musst du irgendwie ins Ziel bringen. Ja. Und dann musst du, so manchmal musst du, einen musst du als Stopper dann misshandeln, der musste dann quasi so stehen, damit die nicht die Klippe runterfallen, den konntest du aber auch nicht mehr ins Ziel bringen, weil du musst du am Ende, der wird dann einfach in die Luft gesprengt, so und du musst halt so und so viele Leute. Und das war wirklich, das war ein geiles Spiel. Ich kam das aus meinem Opa immer früher. Und die heftigsten Zeiten, Alter, Worms, Mann. Worms früher 2D und danach Worms Armageddon. Worms Armageddon habe ich auch gespielt. Worms Armageddon haben wir jahrelang. Und da kam es ja das erste Mal, das war dann immer noch kein Internet, aber früher haben wir auch schon mal drüber geredet, die guten alten LAN-Partys, als man von Mama mit dem PC, mit dem Tower, mit dem Riesenhobel und dann dazu noch mit dem Röhrenmonitor dann da hingeschickt wurde, das ganze Auto war voll, für ein PC-Setup. Und dann ist man schön zur Laden gegangen, Alter, und da mal richtig schön Worms Armageddon mal durchzocken. Aber das habe ich immer an einem PC gezockt. Wir haben uns immer getroffen, irgendwie so auf den Sonntag und so, und haben Worms Armageddon gezockt. Und auf der Playstation haben wir Smackdown, glaube ich, gespielt. Ja, ja, N64, Alter. WWO Revenge oder so. Ja, stimmt, das habe ich auch mal gespielt, aber bei uns war es immer Smackdown auf der Playstation. Spontane Großen Fünf hier, Großen Fünf-Legendenspiele. Ja, sorry, ich bin gerade eben, du hast doch angefangen mit früher, ich fand das, das war geil. Ich überlege gerade, was... Es sind so viele Leute gerade raus, ne? Also entweder zu alt oder viel zu jung. Stimmt, wir treffen gerade überhaupt keinen, der hier zuhört, ne? Stimmt. Worms Armageddon war aber geil, das würde ich aber auch nochmal spielen. Das war sehr nice. Das würde auch unterschätzt gut im Stream funktionieren. Worms Armageddon würde im Stream funktionieren, mit den ganzen, die haben ja dann auch immer so geile Ansagen gemacht und so, diese Würmer. Das war schon ganz cool. Und das kann man super gegeneinander spielen. War das gut, dann den Wind so ein bisschen analysieren und dann zu gucken, wo du die Bazooka hinfeuern musst, damit sie dann richtig einschlägt. Das war herrlichst wirklich. Und dann springst du gegen die scheiß Klippe, der fällt zurück und fällt ins Wasser, obwohl du eigentlich nur deine Position verändern wolltest und nur so eine Kacke. Dann gab es die, die immer passiv gespielt haben und sich irgendwelche, anstatt irgendwie auf einen zu schießen oder so, sich irgendwelche Eisenstäbe über den Kopf gebaut haben und so. Die habe ich gehasst, sag ich dir ganz ehrlich. Stimmt, man konnte sich ja dann einbauen und so quasi. Oder da so reinbuddeln und so eine Kacke. Das war das erste Fortnite, Alter. Und scheiß, du konntest defensiv bauen. Krass. Ja, wenn du so möchtest, ja. Das war ein geiles Spiel. Das müssen wir uns mal... Ich habe keinen Stift und keinen Zettel. Gut, jetzt wo keiner mehr zuhört. Herzlich willkommen auch an alle Nicht-Beachwolli-Ball-Freunde. Jetzt haben wir endlich wieder Zeit für ganz viel Pipi-Kacka und so weiter. Ne, Quatsch. Ist ja ein bisschen was passiert, ey. Wie war denn überhaupt so? Habt ihr nicht viel Pipi-Kacka gemacht im Stream? Du hattest schon? Ja, und was der Wetterfrosch macht, also warum das der Wetterfrosch heißt. Dann haben wir Flaggenraten gemacht und so. Wenn warm ist, geht hoch oder wenn Regen kommt, irgendwie so ein Scheiß, ne? Ja, ja, es gibt irgendeinen Frosch, der dann immer bei warmen Temperaturen ist, weil irgendwie den Baum immer hoch oder so. Da gibt es so Luftdruck oder so. Weil dann Luftschichten und so, ne, und so weiter. Und dann an diesem Wetterfrosch konntest du dann immer absehen, wie das Wetter wird oder irgendwie so. Okay. Weil die so super sensibel sind und das checken. Irgendwie so. Ja, aber da hätte ich es jetzt sogar hingepackt. Das heißt, da war ich nicht bei Null, okay? Aber nö, das war schon gut. Also wir hatten ja auch natürlich eine Menge guten Sport dabei, von daher gab es auch, glaube ich, genug und reichlich für die Volleyball-Fans. Deswegen, wir wurden ja auch in diesem einen Artikel, hier FAZ und so weiter, wurden wir gelobt, glaube ich, dass die Kommentatoren sehr, ich weiß gar nicht mehr, was die Ausdrucksweise war. Also, dass wir kompetent waren, dass wir mit Fachwissen geglänzt haben und mit Insiderwissen, aber dass das definitiv kein Produkt für den Mainstream ist. Und dann, ey, wir können da gerne gleich mal drüber reden, weil dieser Artikel. Also zwei Sachen habe ich nicht verstanden. Die eine Sache habe ich vor allen Dingen nicht verstanden. Wir wurden verglichen mit, lass mich nochmal nachgucken, mit irgendeinem Graswurzel-TV oder so. Und dann alle, auch gestern dann im Magazin, im Allianz German Beecher-Magazin, wir fragen so, hä, kennt einer Graswurzel-TV oder was soll das sein soll? Und dann wurde mir das hier von Basti, der Moderatoren-Messie am Start von Wochenende, wurde mir das geschickt, Graswurzel-TV ist einfach so eine Seite und bei YouTube 1000 Abonnenten. 1000 Abonnenten, absolut nischig und einfach der Redakteur da scheinbar hat sich gedacht, ach komm, das ist jetzt ein guter Vergleich. Wir nehmen unseren 53.000-Mann-Kanal von Twitch und vergleichen ihn mal ganz schön in diese Nische mit Graswurzel-TV. What the fuck? Okay, ich google das gar nicht mehr parallel. Aber, das ist der Achim Dreis, das ist das Witzige, der ist uns eigentlich sehr gut gesonnen, aber er musste halt, er war halt... Er musste Klicks machen, mein Gott. Nein, und er guckt ja auch drauf, er guckt einfach drauf auf diese, auf die, auf das Ambiente. Und ich fand jetzt, wenn man das neutral liest und sich nicht irgendwie, weil man sich aufgeopfert hat, so persönlich, persönlich angegriffen fühlt vielleicht sogar, fand ich das jetzt erstmal nicht so schlimm. Ey, alles in Ordnung, also da waren quasi so ein paar Unwahrheiten dabei, weil das war so ein bisschen, also man kann es mal sehr gelandt machen, so dieser Preisgeldvergleich war halt so ein bisschen, ich sag mal irreführend, weil wenn der Titel halt ist, der tiefe Fall des Beachvolleyballs, das ist einfach nur Clickbaiting, nämlich eben null übel, das macht man einfach so, genau. Dann waren halt so ein paar Sachen da drin, die halt auf die Schiene weitergehen, das war das Preisgeld, was ein unfairer Vergleich ist, weil ich glaube, das hat gestern Jonas Sachscher da auch nochmal erzählt, dass Melli ihn da nochmal drauf geguckt hat und meinte, ey, eigentlich ist das, also das ist nicht wirklich weit entfernt von Tourniveau in den letzten Jahren. Ach nee. Ja, genau, also das Preisgeld ist nicht so wenig, es ist nur klar, du kannst es mit World Tour vergleichen, das war aber auch schon immer so, dann war das Argument mit hier, die besten Teams nehmen nicht teil, völliger Schwachsinn, weil das war in den letzten Jahren auch einfach immer so, wenn World Tour parallel war und dann halt noch so ein bisschen dieser Punkt, wobei der ist so non-taken, weil wir fühlen es ja ultra da auf unserem kleinen Garten da mit dieser Sandfläche aus dem Felder von der Halle Mensch, nur, dass da halt natürlich untergegangen ist, dass ja eigentlich auch der Plan war, das wieder in Düsseldorf an einem prominenten Spot zu machen und dann ging es halt nicht wegen Japan-Tag, aber wir sind ja super glücklich mit unserer Sandfläche und werden wahrscheinlich, selbst wenn nächstes Jahr der Burgplatz wieder frei ist, bleiben wir wahrscheinlich trotzdem bei unseren Feldern. Ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen in Düsseldorf, aber ja, ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen, ob die nicht sagen, wir wollen das lieber zentraler haben, aber ich, ja, aber das ist halt, da knallt halt die alte Denke auf die, also das ist ja das Witzige, dass dann immer alle sagen, das ist der tiefe Fall, ganz ehrlich, ich hätte es original ungern anders gemacht, ich fand es geil, so. Also ich bin da, ich stehe ja komplett hin, das ist einfach ein Neuanfang und auch eine andere Ausrichtung jetzt und das ist auch völlig legitim. Dass dann natürlich Print-Leute draufgucken und sagen, das ist der tiefe Fall, weil sie sonst die 6.000-Mann-Arena in Timmdorf das letzte Mal gesehen haben, ja, gut, ist okay, also ist auch in Ordnung. Ja, verstehe ich, aber nee, ansonsten, also das haben wir ja schon gesprochen, das hat enormes Potenzial, also ich glaube, das könnte, wenn es dann in Düsseldorf so weitergehen kann, hier so auch mit politischen Interessen und so weiter, könnte das echt ein Legendenturnier werden und gerade so als Start der ganzen Geschichte und ich meine, es ist ja klar, was ja möglich ist und was es dann geiler macht im Zweifel, ist auch noch ein paar mehr Leute, kriegst du es hin, da eine 1.000-Mann-Tribüne hinzubauen, safe, und dann kriegst du es noch hin, dass sich Traditionen entwickeln und die Leute sich wirklich so quasi als Festival, das ist ja das Ziel, haben wir immer drüber gesprochen, warum sagt auch Mirko Gerschen, ja, genauso muss es laufen, weil der halt in Wien und bei den ganzen großen Turnieren am Start war, wo das für die Leute Urlaub war. Die haben da fünf, sechs Tage, meinetwegen auch, sorry, ich weiß, es triggert wieder ein paar Leute, haben da Saufurlaub gemacht, weil sie wussten, das ist das Geilste. Da läuft geiler Sport, sie lieben Beachvolleyball, da ist Musik, da gibt es dann günstig, auch nicht günstig, da gibt es was zu trinken, wir können da richtig Spaß haben, und wenn das passiert, ey, dann, also ich brauch da wirklich nichts anderes und Spaß. Nein, ich auch nicht, aber das Problem ist, kann ich ja auch ganz transparent sagen, ich glaube, so eine 1.000-Mann-Tribüne würde kosten das zweieinhalbfache, was zahlen wir jetzt für die Tribüne, ich glaube 9.000 Euro in der Miete für die zwei Wochen oder sowas, kann ich sagen, irgendwie so, 9.000, ich glaube die größere, dann brauchst du einen Richtmeister, das heißt die größere Auf- und Abbau kostet 30.000 Euro, dann kommt dann diese Richtmeister-Thematik dazu, da musst du eine höhere, da musst du über 1.000 Leute, da musst du eine andere Eventgröße anmelden und so weiter, das heißt diese Schwelle mit einer 1.000-Mann-Tribüne und so weiter, würde dann bedeuten, dass wir 30.000, 40.000 Euro mehr für einen Tourstop haben oder brauchen und die 30.000, 40.000 Euro mehr für einen Tourstop, die würden jetzt gerade bedeuten, dass so 50% vom Gesamtbudget, also vom Gesamtbudget und da zahlen wir auch Preisgeld von oder so, für so ein Event halt dann einfach draufgehen. Und deswegen finde ich, ist das die wahrscheinlich charmanteste Aufwand- und Ertragslösung, die wir da jetzt so gebaut haben, weil du keine Richtmeister brauchst, weil du keine Sonderanmeldung brauchst, weil du kein Lärmgutachten brauchst, weil du keine, also diese ganzen Sachen, die fallen alle weg und deswegen ist das ja auch alternativlos, weil gib uns 50.000 Euro mehr für jedes Turnier oder anders, gib uns 6x 50.000 mehr, weil das sind 6 Turniere planen und noch einen angemessenen Preis für Timmendorf mehr, weil wir dann auch da hochfahren müssen oder sonstiges, dann sind wir auch im Schnellbereich so, wir brauchen eine halbe Million Euro mehr, um die nächste Turniergröße zu erreichen. Eine halbe Million. Ja. Und dann haben wir immer noch kein Geld verdient mit der Scheiße und haben noch keinen Agenturcent gekriegt. So ist nämlich der Stand. Ja. Aber wenigstens haben die Spieler gecheckt, dass 10.000 Euro Preisgeld pro Geschlecht auf 12 Teams gar nicht so schlecht ist. Weil wir jahrelang nämlich für 16er Felder in Nürnberg damals, da kam mein legendärer Post, der war ja wirklich, der ist ja durch die Decke gegangen, damals habe ich auf dem Rückweg im Zug, habe ich geschrieben, bin Vierter geworden, habe irgendwie 180 Euro Preisgeld gekriegt, habe noch zwei Nächte im Hotel übernachtet und habe jetzt zweimal hin und zurück, meint, ich habe jetzt 10 Euro übrig und die 10 Euro, gut, da war ich die letzten zwei Tage essen, hätte ich aber zu Hause auch mal müssen, aber für die 10 Euro habe ich mir jetzt, bevor ich in den Zug geschiebe, noch ein Eis gekauft und fahre jetzt nach Hause. Der ist ja mega viral gegangen. War ein teures Eis. Ja, war ein teures. Ich habe auch ein sehr großes Eis, war das auch so. Das habe ich mir auf dem Weg zum Bahnhof gehört und habe diesen Post rausgelassen und habe ich so überlegt, so 180 Euro damals irgendwie als Spieler für einen vierten Platz, da habe ich aber schon drei Tage auf einem vollgepackten Platz und Sonstiges gespielt, wo vier Felder in der Innenstadt und Sonstiges aufgebaut waren und ich habe jetzt, ist das glaube ich das geringste Preisgeld für den letzten Platz sind 380 Euro, meint 190 pro Person. So, das heißt, wir schaffen da jetzt gerade eine finanzielle, trotz dessen, dass das Setup ja so hinterhofmäßig ist oder so, haben wir es halt partout, weil wir wissen, wie wichtig das ist, geschafft, den Spielern jetzt zumindest mehr, beziehungsweise das Doppelte an Preisgeld zu geben, was es früher gab bei normalen Cups. Ist einfach so. Das machen wir. Weil es alternativlos ist. Und deswegen wurde ja in dem Artikel war ja dann auch so diese Line, deswegen, das hat sich auch dann so, das hat sich alles erklärt, deswegen hat er sich auch nicht angreifbar gemacht, aber dann war dann so diese, so eine dramatische Line mit, nachdem es nur dem Preisgeld gegen uns ja, ja und Bernd Uhl bekam nichts. So, ne, und dann liest man halt ein bisschen weiter und stand da halt, ja, die haben ihr zweites Quali-Spiel verloren und sind deswegen nicht ins Hauptfeld bekommen. Ja, ist halt so. Und der Sprung hätte dann schon für knapp 400 Euro gesorgt, was ja schon dann, ey, du wirst letzter und gehst zumindest auf jeden Fall plus minus null raus aus der Geschichte, außer du buchst dich halt ins Hilton ein. Dann bist du selber schuld, ja. Ja, dann bist du selber schuld und von daher, so für die Sagstädter-Boys werden wir später ein bisschen drauf eingehen und natürlich auch für Melli Gernert, für Anne Krohn, hat sich zumindest endlich mal wieder ein bisschen gelohnt, Beachvolleyball zu spielen am Wochenende. Ja, und deswegen, ich bin da jetzt eigentlich, also das Preisgeld ist nicht das Thema, worüber man, ich glaube, das Preisgeld ist jetzt echt nicht das Thema, worüber man streiten soll, weil, ey, ich sag mal so, Leute, mit dem Budget, was wir jetzt gerade haben, ne, wir investieren ja 25, 30 Prozent des Eventbudgets in die Spieler, in das Preisgeld erstmal rein. Dazu noch in das Catering und sonstiges, gehen in die Spieler, gehen in die Spieler. Früher, bei einem Umsatz von der Tour von 3,8 Millionen, wären da mal 40 Prozent in die Spieler gegangen, dann wären wir mal ganz lecker bei einer Million, 1,2 Millionen Euro Preisgeld gewesen. Ist nicht passiert, weil viele Leute viel Geld verdient haben an der Tour. So ist nämlich das Verhältnis, ja. Ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, jetzt kann es sich jeder ungefähr ausreden, das ist das Verhältnis. Ja. Und wir planen gerade mit 65, 75.000 Euro pro Turnier, geben davon erstmal 20.000 Euro straight away weg, an die Leute, dann gibt es dann auch Essen und sonstiges, kann ich ja auch sagen, so ein Catering, die Halle Mensch, wir haben ja nur das Glück, wenn da Halle Mensch und Peter Schmitz jemanden haben, der da so ein Nudel-Buffet oder Nudel-All-You-Can-Eat-Ding oder whatever für alle Spieler und Crew anrichtet, also für 7,50 Euro die Person. Meint, der verdient da nichts dran, der will einfach nur das, wie die Spieler essen haben, weil er sich dazu committet. Aber auch das hochgerechnet auf 100 Portionen am Freitag, 100 Portionen am Samstag, 80 Portionen am Sonntag und so weiter und so fort, sind da auch über die zwei Wochen wieder so 8.000 Euro weg oder so, ist doch normal. Ach so, und der Peter Schmitz, der macht auch Umsatzeinbußen, weil er seine Felder freigibt. Das heißt, wir müssen ja auch eine Miete zahlen dort und so, das sind ja alles Kosten, die da reinkicken und so fressen sich die Dinge halt auf. Ja, sind die ganzen Kosten, wo man natürlich dann so auf den ersten Blick nicht drüber nachdenkt, aber ja, dann sind wir ja so ein bisschen. Viele auch auf den zweiten und dritten Blick nicht. Sowieso, aber dann sind wir ja so ein bisschen bei diesem Punkt, dass man, wenn man jetzt wieder bedenkt, was wir jetzt da mit limitierten Möglichkeiten aufgebaut haben und ich weiß, dass es unsere Krankheit, die uns aber auch gleichzeitig antreibt und dann wahrscheinlich auch unsere Qualität gibt, dass wir selten zufriedenstellend sind und dann gut daran sind, Fehler zu sehen und die Liste ist lang, so, keine Frage, von Sachen, wo wir direkt festgestellt haben, die können wir besser machen, die müssen vor allen Dingen besser laufen und nicht nur dieses mit wenn Geld da wäre denn, sondern auch jetzt könnte man auch viel besser machen. Weil es ja einfach Sachen waren, die untergegangen sind, die wir vergessen haben, die hätten nicht, also dass ein Joni Erdmann mir freitags sagen muss, dass keine Bananen im Spielerzett sind oder Äpfel oder so, dass ich nicht daran habe, wie die 50 Euro für Bananen und Äpfel sparen wollten, sondern liegt daran, dass wir verdammt sind. Aber war einen Tag später da? Hat Joni auch direkt gesagt, ey, das war alles gut? Haben sich direkt gekümmert? Ja, und ich habe entschuldigt, weil das einfach dumm war. Ist ja nicht so, als wollen wir an denen 50 Euro sparen, da gibt es andere. Aber Salzstangen gab es nicht? Weil das war doch mal der Klassiker. Es gab aber Äpfel, Bananen und Salzstangen. Er wollte Äpfel und Bananen, hat er Äpfel, Bananen gekriegt. Salzstangen bin ich aber halt auch nie Fan von, von Salzstangen irgendwie so. Salzstangen, der Klassiker, einfach die sind da und dann frisst du sie halt. Ja, genau. Aber irgendwie weiß ich jetzt nicht. Irgendwie brauchst du sie auch nicht. Aber Bananen und Äpfel fühle ich schon. Und ich war auch sehr dankbar, dass da ein Äpfel da waren, weil ich habe auch am Samstag und Sonntag aber trotzdem, wenn man jetzt ein bisschen drauf guckt, so aus deiner Sicht, aus unserer Sicht, was würdest du sagen, erstes Wochenende? Ja, ich, boah, sehr viele Ebenen. Also erstmal ist ja gut, dass nichts richtig falsch gelaufen ist. Also wir haben die Spiele durchbekommen, so wir haben, wir haben gute Wettkampfcords, das ist einfach so. Die Wettkampfcords, auf denen ich habe ja selber gespielt, die sind sehr, sehr gut. Man kann auf sehr gutem Niveau bei uns Beachvolleyball spielen. Das war schon immer so, ne? Der Court ist nicht wie in Nürnberg irgendwie so, dass du von einer Seite bergaufläufst und so, sondern das Feld ist auf gutem Niveau, da ist immer eine gute Sandqualität, die Netze sind gut gespannt, die sind auf der richtigen Höhe und so weiter. Und ganz ehrlich, das ist erstmal das Wichtigste, finde ich. Das heißt, als Spieler kannst du da gut spielen. Du hast genug Auslauf an den Courts, du hast genug Platz, es passt alles. Es gibt einen Warm-Up-Court, auch unterschätzt, gab es auch nicht immer. In den Städten musstest du dich auf Asphalt einspielen mit Schuhen oder so oder Leute reißen sich die Füße auf oder haben eine Acht-Quadratmeter-Sandfläche oder so, wo sie sich warm machen können. Das sind so Sachen. Deswegen bin ich, erstmal bin ich positiv gestimmt, das ist alles so. Natürlich hat uns das Wetter Donnerstag, Freitag reingefischt wie Sau, Alter. Das war echt der Katastrophe. Meine Güte, ey. Hat es da, also auch da, ey, wieder so ein Glück, dass da einfach nichts passiert ist. Es ist kaum was kaputt gegangen, weil er irgendwie schon Sorgen hatten. Ein Laptop und zwei Werbebanden oder sowas sind kaputt gegangen oder so. Und ein Pavillon, der kostet aber 45 Euro oder so. Das geht wirklich. Und eine Werbebanner von der Sportstadt Düsseldorf, dieser Bildschirm. Der ist umgekippt vom Wind und das halt, aber ist halt dann ein klassischer Fall von Versicherungen. Das höre Gewalt und fertig. Aber nervt halt trotzdem. Ich hab mir direkt gesagt, der stand falsch. Hätten wir ihn dahingestellt, wo ich gesagt habe, dann wäre das nicht passiert. Da hast du recht, ist auch so. Aber deswegen, alles in allem, wenn man überlegt, dass wir einfach unsere, mit so einem Event als Veranstalter, wir setzen ja unsere Firma damit aufs Spiel, wenn was schiefläuft. Noch, ja. Und das hat nicht, ja sonst die andere, Dirk. Also es wird eine aufs Spiel gesetzt. Das ist nicht passiert. Und deswegen erstmal, das erstmal positiv. So jetzt, das war jetzt so die, das war die Antwort des Geschäftsführers, ne? So, Haken dran. Dann ist okay. So, dass viele Sachen besser werden können, in Ordnung, aber es ist zumindest, es war brauchbar. Und jetzt können wir gerne inhaltlich einsteigen, weil da gibt es ja schon auch viele Themen. Mein RTL! So Olaf, es ist ein bisschen Weihnachten hier. Du darfst ein bisschen helfen mit auspacken, denn wir haben von Manscaped, haben wir wieder ein bisschen Paket bekommen. Die kennen wir schon, die hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast. Du darfst mal hier für deine langen Ohrenhaare, kannst du mal hier den dir denn schon mal schnappen? Oh ja, die sind gerade wirklich wieder lang. Denn, wir wollen für euch mal ein bisschen vorstellen hier, das gute alte Performance Package 4.0 mit dem heißesten und dem geilsten Scheiß und natürlich rundum den Hobel hier, der wirklich mal überall unter der Dusche und so weiter dafür sorgen kann, dass man auch glatt durchs Leben läuft, untenrum natürlich vor allen Dingen, weil die sich trauen auch im Arschloch mal ein bisschen zu machen, ist das ganz gut, weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man sich da so ein bisschen da vielleicht mal so ein bisschen schneidet, das ist gar nicht gut und das ist hier mit dem deutlich weniger Risiko auf jeden Fall, der mal so ganz glatt darüber geht. Ich benutze den, glaube ich, oder den Vorgänger benutze ich für das Gesicht einfach ganz stumpf. Ist das auch erlaubt? Der ist geil, er hat ja auch schön so eine kleine LED drauf. Oh, zeig mal die Aufladebox, das ist geil bei den Dingen. Die Aufladebox ist auch Die ist nice, weil die ist super klein und USB einfach nur. Kannst du auspacken, hier, bitte? USB einfach nur. Das ist die Boxershot, glaube ich. Och, nö. Jetzt nehmen wir das Ding noch nicht weg. Geil, Alter. Olaf packt ein bisschen aus und dann kann ich auch noch mal. Wer hat den D-Lets hier eingetütet, der neue Podcastmanager? Der neue Podcastmanager hat Tegen gemacht. Alter. So, die Boxershot ist auch sehr, 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 sehr nice. Die ist stabil, ja. Die ist wirklich äußerst bequem. Die hat gute Qualität. Ja, das ist nämlich hier, pass auf. Ich spitze, glaube ich, auch vor Arschwasser tatsächlich. Oh, und was ich auch schon mal sehr geil finde, es gibt wenig, was ich mehr hasse bei Boxershots als dieses Schild hier hinten. Gibt's nicht. Und dass sie das nicht haben. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr nice. Gib mal rüber den Rasierer. Gib mal rüber den Rasierer, dann kann ich mal zeigen, wie geil das ist, weil dann stellst du nämlich dieses Ding hier rein, zack, und dann lädt er. Das ist es nämlich. Besser geht's nicht, ey. Sieht geil aus. Kann man sich richtig schön hinstellen. Macht Eindruck auf jeden Fall bei den Ladies, weil die Chancen, dass sie natürlich erst mal, wenn untenrum glatt ist und ein bisschen gepflegt ist. Und es geht ja nicht nur darum, dass die Haare weg sind, sondern dass man auch mal ein bisschen, ich glaube, da ist bei dir die Grenze erreicht tatsächlich, wo du sagst, ey, das brauche ich nicht. Aber hier mal so ein paar Pflegeprodukte. Das finde ich immer noch geil. Der Ball-Toner. Ja, kannst du behalten. Also wie so ein kleines Deodorant. Und dann der Crop-Preserver, das Ball-Deodorant, was man sich auf jeden Fall mal so richtig schön hinschmieren kann da, ist auf jeden Fall ein Highlight. Das werde ich mir auf jeden Fall nehmen. Und dann dazu, ey, wenn es nicht schon genug wäre, also ihr spart eh bei dem Performance-Package, wenn ihr euch alles zusammenholt, habt ihr schon mal einen ordentlichen Rabatt. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein Code mit dabei haben. Komm, jetzt hau mal rein da. Oh mein Gott, wie viel passiert denn da? Also scheint zu funktionieren und scheint dringend auf jeden Fall notwendig gewesen zu sein. Ja. So, dann kommt ihr ganz praktisch. Habt ihr dann auch noch hier die Bag mit am Start, wo ihr dann alles verstauen könnt. Und die Zeitung kann man sich, glaube ich, sogar unterlegen, damit man da nicht wie du im Hotel immer dann hier mal die Haare überall hinterlassen. Also wenn ihr euren Klöten was Gutes tun wollt, dann haut da auf jeden Fall mal ordentlich rein. Manscaped.com Und dann unseren Code Scam20. Der Code heißt wirklich jetzt Scam, ist das halt. Ja, Scam, das ist sehr, sehr gut. Und dann kriegt ihr auch noch hier die Boxer und so. Ihr könnt euch auch nur die Boxers holen, aber da gibt es auch 20 Prozent drauf, weil die wirklich sehr, sehr nice ist, unterschätzt. Von daher, Kurs geht raus an Manscaped auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank. Und dann shoppt er mal ordentlich rein mit unserem Code. Scam20. Weiter geht's. Sag du Bier! Ja. Also ich fand es erstmal geil, also diese riesen Aufgabe, die wir ja hatten, natürlich das so zu verknüpfen und so. Klar sind wir da noch nicht annähernd angekommen, wie wir es haben wollen. Also da müssen wir noch viel mehr machen. 20, 30 Prozent vielleicht? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also irgendwann bist du ja wieder an diesem Punkt, wo dann viele meinen, wir übertreiben es. Wo wir dann wieder halt, dann bist du halt wieder bei diesem Kampf mit wir denken, das ist richtig und ganz viele denken, das ist nicht richtig. Aber da sind wir doch schon, oder? Ich bin mir ganz sicher, dass wir da glaube ich immer sind. Aber das war cool. Es war schön zu sehen, dass es mit der Musik halbwegs funktioniert hat, obwohl ja unser eigentlich geplanter Resident-DJ, der einmal gar nicht am Start war, weil der hier Junggesellenabschied von seinem besten Freund als Best Man hatte. Das war natürlich klar. Der ist jetzt am Start und deswegen war das ja alles, ja könnt ihr euch ja denken, wahrscheinlich inzwischen bei uns war das reichlich spontan. Wir hatten da ein, zwei Überlegungen und haben auch noch geguckt, ob wir da jetzt wirklich so einen vollprofessionellen DJ noch ranbekommen. Ja, hätte halt auch wieder den Rahmen gesprengt, weil die sind teuer, zu Recht so, die lassen sich halt überall anders gut bezahlen und wenn du jetzt nicht hier irgendwen mit Leidenschaft bekommst und der Volleyball-affin ist, dann ist ja auch normal, dann fordern die ihre Gage und dann sind wir da nicht zusammengekommen, weil wir da auch dann im Endeffekt keinen Bock drauf hatten. Ja. Dann haben wir ja ganz spontan unseren Oscar, den wir beim Hockey kennengelernt haben, da in Mannheim damals, der zufälligerweise auch ein bisschen auflegt und sehr technisch halt sehr versiert ist, haben wir den angesprochen. Und Freak. Ja. Im Positiven. Im Positiven. Ja. Ein bisschen im, nein, Quatsch, alles gut. Und dann habe ich da, ich habe eine kleine Playlist zusammengestellt, ihm irgendwie 80 Songs gegeben, gesagt, ey, das könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir da am Samstag oder am Sonntag die so ein bisschen laut spielen, dann schiebt das, glaube ich, schon ganz gut an, schiebt es on us teilweise. Ja. Er hat ein bisschen improvisiert, Jürgen war auch zwischenzeitlich am Start, haben sie ein bisschen freigedreht. Aber das war ja geil zu sehen, das hat funktioniert. Ja. Ich glaube, also da war, es war eine gute Stimmung, so, es war, Samstag und Sonntag war voll, da lief was und über Feinheiten kann man drüber reden, keine Sorge, ich weiß, sitzen jetzt ein, zwei Bauchter, die vielleicht da waren und sagen, war zu laut und war, ich saß direkt vor der Box und so weiter. Alles Themen, die wir auf dem Schirm haben, aber das grundlegend war ja erstmal ganz geil. Ich weiß nicht, ob wir es zu 100% gelöst kriegen, ist eher das Problem, oder? Ja. Weil die Boxen halt schon immer draußen an den Außenkanten von den Tribünen stehen. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen den Winkel noch anpassen, dass es nicht Vollgas auf die Person, und dann da drauf ballert und vielleicht können wir auch insgesamt nochmal ein paar Dezibel wegnehmen, aber ja, das sind Sachen, die wir auf dem Schirm haben, aber wird eh alles jetzt anders, denn wenn ein Eimer dann am Start ist. Ich glaube, man bräuchte halt einfach höhere Boxen, die so runterschallen, dann schallen die einem nicht straight in die Ohren, ne? Das wahrscheinlich eher. Aber dafür müsste man halt wieder, dann hat man wieder so einen fliegenden Bauten und dann braucht man so ein Ding und was auch immer, das ist geil, das ist halt genau diese nächste Eventgröße dann halt, dann funktioniert schon wieder nicht. Aber ja, das müssen wir auf jeden Fall, müssen wir adjusten, aber sonst, ich fand es auch sehr gut, also, es waren ja schon wirklich sehr viele auch sehr, sehr betrunken am Samstag. Ja. Kein Wunder, klar. Ich fand es jetzt noch nicht schlimm, ne? wir brauchten, also wie gesagt, es gab, ich habe es vorhin einmal so gesagt, so die Kubus haben sich am schlechtesten benommen, weil die ordentlich mal reingeguckt haben, die Boch halt da, was willst du erwarten, so, das war okay, da sind, ein, zweimal war glaube ich, also wir hatten ja einmal das Ding für die, die es mitbekommen haben, fand ich aber auch geil, dass wir es halt so regeln konnten, hat halt Annabelen erst mal A, Maschine, B, Polizistin, ist dann mal kurz umgedreht, hat den Jungs mal eine Ansage gemacht, so, dass es jetzt reicht und dann war halt auch, dann war halt auch Ruhe. So, ne? Das ist ein, zweimal passiert, dass dann vielleicht, ich glaube auch einmal waren es die Ponys, die sich so ein kleines bisschen aufgeregt haben, so, ich glaube in dem Spiel gegen die Sargstädter oder so, als dann der Sargstädter-Fanclub halt sehr doll war und auch die Kubus im Sargstädter-Fanclub waren, da war dann einmal so ein bisschen, aber ansonsten, dafür, dass wir da nicht irgendwie zehn Securities rumlaufen haben, was sollen die denn sagen? Ihr dürft jetzt nicht ein Team anfeuern oder was ist jetzt die, oder ihr dürft da jetzt nicht irgendwie, Es gehört ja damit zu, so ein bisschen, das hast du überall, so ein bisschen, Hacklen, wie man ja sagt, in den USA, gehört dazu. Aber Hacklen in den USA ist ein Ding und zwar ein well-appreciated Ding. Ja, das ist ja, es gehört auch dazu und im Zweifel, ich meine, guck mal überall hin, so, klar, beim Tennis ist es verpönt, trotzdem hast du immer irgendeinen Idioten, der dann auch den Kirgios in den Aufschlag reinruft, dann klärt der das auch auf seine eigene Art und Weise, im Fußball hast du sowieso, in Griechenland rauchen und spucken dich alle an, während du Aufschlag hast beim Volleyball und dann können wir, glaube ich, froh sein, dass wir, obwohl das Durchschnittsniveau der Alkoholisierung schon natürlich recht hoch war, aber Newsflash, das gehört halt zum großen Teil auch einfach dazu, guckt nach Wien, warum ist das so ein unfassbar geiles Turnier? Ja, aber in Wien ist es nochmal sechs Meter weiter, weil die Tribüne höher ist, du bist nicht direkt dran und es ist immer so laut, dass du es nicht mitkriegst, was einer sagt. Ist halt nur so eine breite Masse, die du halt so mitbekommst. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied, aber dafür muss ich schon sagen, es gibt immer ein paar Leute, die sagen, ey, das geht schon zu weit und das ist mir dann auch zu asozial oder so, aber das war schon noch, ich fand, sehr, sehr gesittet, im Großen und Ganzen. Ja, ich war auch jetzt, ich hab das mir am Samstagabend dann selber anguckt, hab ja auch ein paar Getränke genommen dann und so, ich fand das, ich fand das noch okay. So, alle, die sagen, also, kriegt ja auch, aber wenn, na klar, die Spieler, die kennen das jetzt, erst mal haben die drei Jahre kaum vor Zuschauern gespielt. B ist es dann eine sehr, also, ist dann natürlich, ist dann die, wenn die alkoholisiert sind, die Leute direkt neben dir stehen und du redest, nochmal, auf dem Chord und ich fand's geil, ich hab ja selber gespielt, du hörst alles. So, ich höre auch jede, jede abfällige Bemerkung über meinen körperlichen Zustand hab ich auch gehört. An der Stelle ist mir scheißegal, so, ich weiß, dass ich grad nicht fit bin. Und der eine Typ, der immer, das hat Mirko selber erzählt, also, bei Mirko können wir auch gleich noch ein bisschen sprechen über euer Turnier, aber das war herrlich. Es gab immer einen, der dann auch beim Spiel ging Fred Schnazova, was ja wirklich Hammer war, das Achtelfinale auf der Loserseite, wo es aber ums Halbfinale ging, der dann wirklich bei jedem einzelnen Aufschlag von Fred Schnazova immer vorher reingerufen hat, wenn du dich traust, servierst du auf Mirko! Ja, genau. So was ist doch herrlich, Mann. Also, wenn's auf dem Niveau ist, dann sehr, sehr gerne. Ja, ist auch so. Deswegen überhaupt nicht schlimm. Und wenn wir, ich kann auch nur an die Spieler, die das irgendwie komisch finden oder so sagen, wenn wir das eindämmen und das, also, wenn das unsere größeren Probleme sind, dann ist alles sehr, sehr gut. Und wenn wir das eindämmen wollen, dann bleiben wir auch immer eine verkackte Drecksnische. Sag ich euch auch ganz ehrlich. Ja. Weil wenn du nämlich nicht schaffst, wenn du es nicht schaffst, irgendwie mal Fankultur oder sonstiges, es gibt doch nichts Geiles als Fangesänge von irgendwie alkoholisierten Leuten, die die Sargstetterboys feiern. Ja, komisch, dass man die feiert. Sind geile, sind einfach geile Typen so. Ist doch auch okay. Und dass die Ponys ein bisschen eifersüchtig sind, weil sie nicht mehr die Gefeierten sind, sondern da jetzt ein anderes Bruderpaar auftaucht, ist auch verständlich. Ja, ja. So. Eifersucht unter den Gebrüdern. So ein Ding musst du mal machen jetzt. Da können wir eine Schlagzeile drausschießen, ey. Weil das ist auch der große Punkt, wo ich dann einfach sage, da stimme ich nicht zu. Also jetzt beim Herrn Redakteur, der diesen Artikel geschrieben hat, so dieses, dass das kein Mainstream-Produkt sein kann, da gehe ich halt dagegen. Das finde ich jetzt Schwachsinn. Aber Leute, die in Printzeitschriften da irgendwas schreiben oder so, die wissen nicht, was Mainstream bedeutet. Das ist denn überhaupt Mainstream, so genau. Bedeutet das dann halt? Nein, nein. Leute, die jetzt sagen Mainstream, die checken überhaupt nicht, was Mainstream ist. Oder was? Was dann da so ein bisschen sitzt, gar nicht checkt, was passiert und dann klatscht oder was? Da kriege ich viel zu viele Rückmeldungen von irgendwelchen Leuten, die uns dann auch auf der Plattform das erste Mal entdecken und dann irgendwie nach zwei Stunden sagen, ey, wie geil ist das denn? Ich fühle das ultra. So, ne? Also, sorry. Da kriegen wir viel zu viel gutes Feedback von vollkommen frachtfremden Menschen. Und darum geht es ja auch schon. So, ich meine, guck mal jetzt, der Redakteur hat schon fast gesagt, dadurch, dass wir hier zu viel Insider-Kram machen und den Leuten nicht die ganze Zeit den Sport erklären, ist das schon auch wieder nicht mehr Mainstream. Aber das ist es ja. Es ist ja die schöne Mischung aus wirklich Leuten, die im Kommentar sind mit den ganzen Stimmen dahinter, die alle nah dran sind am Sport, die alle nah dran sind an den Leuten und deswegen auch Storys kennen und alles wissen und trotzdem es schaffen mit ein bisschen Unterhaltung und so weiter, Leute abzuholen, die nicht wissen, wer Jonas Sargstetter ist. So, zum Beispiel. Und das Geile ist doch, Mann, Dirk, du warst doch am Samstag dabei, Samstagabend, da kam eine Dame an, die wollte gerne ein Foto mit uns sogar machen und hat ihren Freund vorgestellt, der, pass auf, Leute, der hat noch nie, vielleicht hörst du zu, ey, deinen lieben Gruß, ich kenne deinen Namen nicht mehr. Deine Freundin hört bestimmt zu. Sie guckt Volleyball und konsumiert so gefühlt alles, was es so am Volleyball und Beachvolleyball gibt von uns. So, feiert das total, guckt montags immer die Hausbesichtigung und so montags abends, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, gehen wir nach der Hausbesichtigung, also in der Hallensaison sind wir immer danach noch auf eSportland online gegangen und haben Warzone gezockt. So, ihr Freund zockt selber Warzone, meint, sie hat bis halb zehn, Viertel vor zehn die Hausbesichtigung geguckt, raid rüber und sie hat gesagt, Eddie zocken und er setzt sich dazu und guckt uns zu und kennt uns vom Stream, vom Zocken. Und war jetzt am Start und haben uns ein Bier getrunken und hat gesagt, ihr seid geile Typen, ich gucke jetzt sogar auf Volleyball und hier, mega Event, total geil, ich komme nochmal wieder. Und jetzt sind wir wieder bei allen Idioten, die hier, ist das noch Growing the Game? Das ist meine Definition von Growing the Game. Jemanden, der Warzone auf Twitch guckt, auf einem Beachvolleyball Event hinzukriegen, weil die Freundin, auch wenn es die Freundin ist, die sagt, komm doch mit, der wäre niemals mitgekommen, hätte der uns nicht irgendwie gekannt oder so. Der hat sich ein Trikot gekauft oder so, ne? Ne, das war ein anderer. Ne, das war ein anderer, er war das nicht. Aber ein anderer auch meinte, ey, ich bin über Twitch aufmerksam geworden auf euch. Ich habe euch das erste Mal geguckt, glaube ich, beim, ich weiß es nicht mehr, ich glaube beim Handball-Testspiel oder so hat der uns geguckt, Toos im Essen damals. Das war schon zwei Jahre her. Und jetzt ist der auf dem Beachvolleyball-Turnier und kauft sich ein Trikot mit seinem Namen hinten drauf. Ja. Geil. Ja, sowas ist nice. Ich hatte, also auch viele wirklich, auch eine Gruppe, die dann auch nochmal, ich glaube am Sonntag nochmal später vorbeigekommen sind, dann auch einer, der dann meinte, ey, ich habe hier meine vier Kumpels mitgebracht, die haben alle nie Volleyball geguckt, die haben mich früher immer ausgelacht, weil ich hier diesen ganzen, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Stimmt, 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 stimmt. Mädchensport. Quasi so Mädchensport, er hat noch einen anderen Begriff genannt so und jetzt waren die da und haben sich dann alle entschuldigt, weil sie meinten, ist halt saugeil und werden jetzt nicht das letzte Mal dabei gewesen sein. Ja, und das ist geil. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, Dirk, und das ist, da würde ich, da hätten wir vielleicht auch mal aufwertet drüber, aber ist egal. Was halt auffällt ist, da sind dann am Wochenende 200 Leute, die dir als Streamer zugucken bei einem Event. Die wollen gerne nah dran sein und jetzt ist es der Spagat. Musst du dich nicht eigentlich sogar mehr in den Mittelpunkt stellen bei dem Event? Nimmst du dann Attention von den Spielern und vom Sport runter? Wie kriegen wir es hin, da eine Dingens zu bauen? Machen wir eine halbe Stunde Fotosession mit Dirk Funk an der Tribüne, damit die Leute ihr Foto kriegen, weil du sonst immer nur in deinem Safe Place da hinten am Kommentatorenpult sitzt? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Klingt halt, also, weil wird das genutzt? 100 Prozent. Dich kennen mehr als die Spieler. Dich kennen alle auf dem Event. Die Spieler lernen die kennen oder kennen sie größtenteils nicht. Das ist das Heftige. Wo sind wir denn jetzt? Der Streamer, der da im Zelt sitzt, größer als der Sportler, wegen dem das Turnier stattfindet? Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ja, bei so einem Event kickt es halt Hardcore rein, weil da haben wir auch vorher gesagt, das wird was ganz Besonderes, weil halt einfach extrem hochprozentig, da Leute am Start sein werden und sich ein Ticket gekauft haben, die einfach uns jetzt schon wirklich seit wahrscheinlich zwei Jahren, mindestens einem Jahr oder mehreren Monaten verfolgen und deswegen halt auch diesen Draht so zu uns haben. Das wird natürlich wieder ein bisschen weniger so vor Ort, wenn wir dann irgendwo in Bremen oder in München oder sonst wo sind und dann mehr so organisch das eigene... Oh, da bin ich mal gespannt, ja. Aber dann organisch so ein bisschen das eigene Publikum auch kommt, die vielleicht noch nie Twitch geguckt haben oder so. Aber deswegen, ja, war es was ganz Besonderes, aber war auch geil. Also, muss ich echt sagen, so geht ja gar nicht darum, dass ich mich dann freue, wenn ich ein Foto machen muss, aber ich fand es cool, so mal die Leute mal so ein bisschen zu sehen. Wir haben unsere Mods kennengelernt, so zum großen Teil, da mal die Gesichter auf alle dazu gesehen. Das war sehr, sehr witzig und ja, ist es für dich dann auch ein bisschen anders? Also ich meine, im Gegensatz zu mir kennst du das ja natürlich schon seit Jahren, seit einem Jahrzehnt, dass du auf den Events rumläufst und die Leute dich dann kennen und dich ansprechen wollen, dich kennenlernen wollen. Aber es ist jetzt nochmal eine andere Ebene auf so einem Event, weil du ja nicht mehr so als, rein als Beachvolleyballer wahrgenommen wirst, sondern halt als, ja, als die Person, die halt hinter dem, als CEO und so weiter und ja auch als Content Creator dahinter steht. Also ich habe es schon gemerkt, also die Situationen sind ja dieselben so, die du merkst. Erstmal nicht die Hida Olaf. Das ist sehr gut, ja, das ist sehr gut, das haben wir jetzt durchgetreten, das ist perfekt. Ja, es war halt auch ein Mix, es gibt ja dann auch viele, ich kenne ja auch viele, es waren ja auch ein paar Beachvolleyball-Fans da, die man schon öfter mal auf den Turnieren gesehen hat, so ist es ja nicht, ne? Bleibt ja nicht aus. Aber auch da, Feedback war, Ticketing, perfekt. Die Leute, du kannst weggehen nach einem Halbfinale, kannst dir was zu essen holen, kommst fünf Minuten später wieder und kannst da sitzen, das ist perfekt. Auch unsere Partner hier, Sosalitos, Volleyball direkt und so, haben gesagt, ey, das ist doch geil, weil nicht viele Leute sind hier, aber hochprozentig sind die zwischen den Spielen mal am Stand, ziehen sich ein Trikot an oder sonstiges, weil die nicht sechs Stunden da in der Windel auf der Tribüne sitzen, aber wenn sie aufstehen, ist der Platz weg. Also dieses Ticketing-Ding funktioniert, das ist eine gute Sache. Ja, es stimmt, es ist ein bisschen, aber habe ich gar nicht, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Es ist eine andere Ansprache zum Teil, weil wenn mir Leute erzählen, ey, ich bin übrigens genauso schlecht bei Warsong wie du und der dann aber ein Foto mit mir machen will, weil ich irgendwie so dann eher sein Streamer bin als so ein Volleyball-Profi, aber am Ende ist er das Gleiche. Also es sind da einfach gute Leute, die sich mit dir identifizieren können, die cool finden, was du machst und ob das dann schlechtes Gameplay ist, wo man sich drüber lustig machen kann oder ob es gutes Beachvolleyball ist, ist es am Ende scheißegal. Oder schlechtes Beachvolleyball. Schlechtes Beachvolleyball. Aber so schlechtes Beachvolleyball war es noch nicht. So schlechtes war es noch nicht. Das war schon in Ordnung. Ja, das ist spannend, aber da müssen wir uns, das ist halt echt interessant zu sehen, weil könnte auch sein, dass die Welt sich dahin entwickelt, dass es immer wieder wir, die Marken sind und wir plötzlich der Grund sind, warum die Sport-Events groß sind. Stell dir mal vor, wir wären wirklich richtig große Streamer und Sport wäre eine größere Nummer, dann könnten wir uns überlegen, welche Events wir ausrichten und es wird sowieso geguckt. Weißt du, was ich meine? Ich spinne jetzt rum an alle Podcasts, aber ich spinne rum, aber was ist denn letztens passiert auf Twitch? Trimax hat gesagt, ich kämpfe gegen irgendeinen anderen Fettsack, der Streamer ist, so sorry, Trimax ist ja wenigstens noch einer. MickyTV, ja, sind beide ein bisschen korpulent. Bei Micky ist es schon ein kleiner Fettsack, muss man schon mal sagen. Trimax ist ja noch wenigstens noch bei Tuch, aber Micky war schon eher, so sorry, wenn er es hört, hört er wahrscheinlich nicht, aber ich darf es glaube ich sagen, so Ende aus, auch wenn ich selber feist bin gerade, aber ich darf es nur so halbwegs sagen. Und dann davor noch ein paar andere Streamer, die gegeneinander kämpfen, was machen die? Die Köln-Arena voller als voll. Scheiß drauf. Spontan. Ja, spontan. Die hätten 100.000 Tickets verkauft. Kurz wegen Corona noch angepasst, trotzdem alles voll. Ohne Bewerbung oder irgendwas. Die haben das nur in ihrem Stream gesagt. Weißt du? Und das kann ja auch, also kann ja auch die Lösung sein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Da sind wir natürlich noch nicht annähernd, sondern mit den Reichweiten von den Leuten. Aber das ist noch nur mal die Sache. Aber theoretisch, ja. Theoretisch läuft es so. Werden ein, zwei Leute immer wahrscheinlich nicht gerne hören. Vielleicht auch in Teilen die Spielerschaft selber, weil die natürlich jetzt jahrelang mit dem Verständnis rumgegangen sind, wir sind das Produkt und deswegen dreht sich auch die Sonne komplett um uns hier. Sind sie doch auch. Ist doch auch okay. Ja. Und das werden wir ja auch immer irgendwie versuchen, das so hinzubiegen. Aber wenn es medial nun mal hilft oder auch von den Partnern hilft, dass du dann die Marke bist oder so, dann müssen wir es machen. Und wenn am Ende die Marke, wenn du als Marke bedeutest, dass wir x Euro mehr für die Tour haben oder so, dann wird ja auch y Euro bei den Spielern ankommen und dann haben sie auch was davon. Das ist am Ende egal. Also es ist spannend zu beobachten, was das jetzt so für ein Beginn war und wie das jetzt so weitergeht. Schön ist, dass wir, also ich habe jetzt auch mit vielen Ältereingesessenen gesprochen, die fanden das alle auch ganz cool. Also es war jetzt nicht, war nicht dieses, ich habe eine Nachricht gekriegt auch von einem OG bei uns, der wirklich viel zuhörte, der sagte, Musik war ja eher für 16 bis 20 Jahre, nicht für 25 bis 45. Ich habe gesagt, ja, dann haben wir ja viel richtig gemacht. Das ist in Ordnung. Oh, ich bin da so light dann drüber. Das macht so keinen Sinn, dann auch zu sagen, nur weil dann da Rin läuft, dass es dann automatisch für 15 bis 20-Jährige ist. Das ist so blöd und so bescheuert. Musik ist subjektiv. Aber es ist doch nicht die Musik, mit der man aufgewachsen ist, Dirk. Ja, da bin ich echt, da bin ich es light deswegen, aber keine Sorge, da werden wir dann auch nicht drauf eingehen. Also im Zweifel, wenn überhaupt läuft mal die IGVs Classics, dann hat vielleicht auch derjenige dann Spaß. Dann hat derjenige, genau. Das ist Quatsch. Das finde ich einfach, weiß ich nicht, finde ich schwierig, immer bei Musik darüber zu reden. Genauso wie dann so Feedback kommt, ja, wir könnten ja auch den Schiedsrichterstuhl noch auf die andere Seite stellen. Nee, im Stream gucken 400.000 zu, Encore 2000. Die Antwort ist einfach nein. Ja, ja, klar. Wird nicht passieren. Ist die nächste Eventstufe, dass man höhere Tribünen hat, damit man nicht an die Schiedsrichter-Rückseite guckt, sondern erst auf Schiedsrichter-Rückseite anfängt? Ja. Wird der Event dann aber wieder ein bisschen unpersönlicher? Auch ja. Aber das ist ja auch wieder die nächste Ebene, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, mit allem so, wie kann man das Event vor Ort geil machen, was super wichtig ist, weil es jetzt neu ist, der Fokus da drauf ist. Was wir aber halt, du sagst es gerade, nicht vergessen dürfen, es gucken halt viel mehr Leute an ihren Endgeräten zu und deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, das Produkt nach wie vor digital so geil wie möglich zu machen und dann nur zu schauen, dass es dann halt auf jeden Fall auch on location halt nice genug ist, so nach dem Motto. Das muss der Spagel sein. Aber die Fokusverschiebung darf halt nicht da sein, dass wir auf einmal gucken, dass es hier on location unfassbar geil ist und es dafür digital schlechter wird. Nee, aber das machen wir nicht. Das wäre eine Katastrophe. Aber das schaffen wir ja eh. Nee, weil das geht auch nicht, weil die Sponsoren ja langsam verstehen, was das Produkt ist. Das ist ja einfach so. Und auch selbst die Inter, also jetzt sagen wir da alle ja, die Zuguckenden oder sonstiges, aber die sind da tote Zuschauer. Wir sind ja wenigstens auf dem Event und interagieren mit der Sportart. Ich kann euch das ja sagen. Es gibt mehrere, also es gibt mehrere tausend Leute, die an so einem Wochenende mit uns chatten und interagieren und an Abstimmungen teilnehmen und Fragen stellen an die Spieler und sonstiges. Die sind in der Quantität, sind das viel, viel mehr als die Zuschauer, die vor Ort sind. Bei so einem Event ist das so. Ja. Ja. Und da muss man mal gucken, wie dieser Wechsel ist. Deswegen bin ich, ich bin voll auf diesem digitalen Thema. Finde es aber auch ganz geil, dass Zuschauer jetzt vor Ort werden, weil das Event ist ja tausendmal geiler gewesen, Alter. Na klar, es macht viel mehr Bock mit Leuten vor Ort, deswegen. Das soll auch immer so weitergehen, keine Sorge. Und ja, sind wir einfach sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert. Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um nochmal die Werbeltrommel nochmal ordentlich zu rühren, dass ihr Donnerstag und Freitag verdammt nochmal hinkommen sollt. Ich hoffe, das Wetter, die Vorhersage ist jetzt nicht so nice. Ja, es ist vor allem kalt. Aber da müssen wir echt mal schauen, weil Donnerstag, Vatertag, ich weiß nie, wie es bei euch immer war. Ich damals, das hatte dann auch null Komma null was mit meinem Vater zu tun. Ich bin einfach mit meinen Jungs mit dem Bollerwagen dann halt raus und sind halt rumgetourt. War halt ein Grund zum Saufen, ne? Ja, war ein Grund zum Saufen, genau. Und deswegen, also Donnerstag. Sollen 21 Grad sein hier in Düsseldorf, ist doch angenehm. Ist okay. Ja. Und dann mal vorbeischauen, weil das, wir sagen es nochmal, es ist komplett kostenfrei, es ist trotzdem alles da, auch der Eimer wird am Donnerstag ein bisschen was machen. Also ist ja nicht so, dass das ein schlechtes Produkt wäre am Donnerstag. Nö. Auch vor Ort und Freitag ist auch schon saugeil, gerade Richtung Abend. Ja. Deswegen gerne mal jetzt mal die Tour auf jeden Fall machen und Donnerstag. Der Freitagabend war ja jetzt scheiße, weil einfach vorher und, nochmal, es hat Mitte, Mitte Mai oder was auch immer, es hat gehagelt. Wollen die mich alle verarschen? Wir mussten um 20.30 Uhr aufhören wegen Dunkelheit, weil da eine Wolkendecke des Grauens irgendwie dann da drüber hängt. Ja. Also das war wirklich, das war eine Katastrophe. Freitag hat uns richtig zerfickt, ey. Das war heftig. Ja, das stimmt. Ja, komm, kommen wir ein bisschen zum Turnier und fangen an mit den Champions, die Sargstädter Boys. Geil. Ja, schön. Finde ich gut. Sehr schön. Hab vorher noch extra ganz moderat und lieb und das sind ja wirklich liebe Kerle gesagt, unser Saisonziel ist es, einmal ins Halbfinale zu kommen auf der Tour. Das war ja, ist ja auch ein berechtigtes Ziel eigentlich gewesen, wenn man mal Timmendorf ausgeklammert hätte. Weil letzte Saison hatten sie viele Neunte, viele Dreizehnte Plätze auf den Qualifiern. Jetzt wollten sie den nächsten Schritt machen und gewinnen dann direkt das erste Turnier. Und man sieht halt mal wieder, das haben sie auch selber zugegeben, fand ich auch schön, haben sich hinten raus auch echt nochmal doll bei Tommi auch bedankt und meinten, ey, dieses Trainingslager, das wir da hatten mit Tommi, mit Elas Wickler, das war mit Abstand die beste Woche, die wir jemals hatten. Das hat uns so viel gebracht und auch Tommi selber hätte den beiden wohl auch nochmal ein bisschen was mitgegeben. Da haben sie sich wirklich herzlich für bedankt. Aber sie meinten halt auch, ja, Abseits von Fred Schnazova, natürlich Nationalteam, trainieren zwölfmal die Woche, whatever. Warni Sacksteller ist halt das Team, was mit Abstand am professionellsten ist. Mit der besten Vorbereitung, 100%. Die sind jetzt seit drei, vier Monaten einfach voll am Start, sind im Saft. Warni Trainingslagern. Jonas hat selber gesagt, wir trainieren wie Profis, wir trainieren entweder zweimal am Ball pro Tag oder einmal und dann plus Krafttraining, machen im Zweifel hier und da nochmal ein extra Krafttraining. Ja, und die Früchte werden dann geerntet, finde ich nice. Klar, weil du dann die Ballkontrolle hast und weil du dann das Spiel immer besser verstehst und dann kannst du eine Woche mit Tommi an der Seite und Elas Wickler hilft dir dann total. Machst keinen Scheiß mehr, setz dich gegen gute Blockdefence durch, dann kommt dir die Blockdefence auf einer deutschen Tour wie Kindergeburtstag vor. Ich find's geil. Ich find's gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das Turnier gewinne, aber so von der Logik her. Ich war schon bei den Ponys. Also deswegen, die Ponys haben ja auch, die hatten ja dann andersrum diesen bisschen komischen Turnierverlauf wegen des Freilos dann da gegen Armin. Bei Armin, gibt's bei dem eigentlich schon eine Info, was der hat? Weil so einer, ey, der, wenn der verletzt ist. Er hat es mir, ich weiß immer nicht, die sind ja alle immer so empfindlich, wenn man das dann sagt. Also ich glaub, er wird ein bisschen ausweichen. Ja, scheiße, Digga. Was Muskuläres hab ich gehört. Aber wenn der was, aber das ist ganz gut, weil Ed Snates kann nicht immer, glaub ich, jetzt die nächsten Wochen und wenn Paul dann frei ist, das wär natürlich, das wär top. Mit Paul Becker nochmal spielen, hätt ich auch Bock drauf. Paul, wenn du das hörst. Wenn Armin länger ausfällt. Ist möglich. Ich hab nämlich schon gehört, dass Paul sich vielleicht so ein bisschen auch mal in Richtung Rudi Schneider umgeguckt hat, der aktuell in diesem Quali-Sumpf da mit drin ist, weil er sich jetzt entschieden hat, mit Luis Kubo erstmal da zu melden. Das könnte ja jetzt am Wochenende passieren, auf jeden Fall, oder? Ja, also weil Paul wird nicht mit Armin spielen, das steht, glaub ich, schon fest und dadurch hatten die Ponys ja nur dann mit einem Spiel waren sie schon im Halbfinale. Haben dann im Halbfinale ja auch, also war jetzt nicht super, war jetzt keine Rasur, aber haben sich dann gegen Berzin Kühlborn, die auch ein sehr gutes Turnier gespielt haben. Das war doch zu erwarten. Max Berzin hat ein bisschen gebraucht, aber Yannick war echt sehr stark. Der kann gut Ball spielen. Ist einfach so. Trämen gutes Turnier gespielt. Wird ja jetzt mit Mirko Gershon in der Schweiz Ball spielen. Haben sich zusammengetan. Mirko hat ihn on air gefragt, willst du Lugano mit mir spielen? Und dann hat Yannick ein bisschen überlegt, meinte so, ey, es ist eine einmalige Chance, ich muss das machen. Natürlich, Mann. Obwohl er eigentlich verplant war. Ja, klar. Ja, gut, und dann haben halt die Ponys im Finale nicht ihr allerbestes Ergebnis dann abgeliefert. Haben sich auch sehr geärgert. Bennet hat ja nach dem Finale dann hier einmal schön sein Trikot zerrissen. Das haben wir dann noch, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt wirklich verstecken, wenn das jemand haben will. Hätt es früher eine Strafe und rote Karte für gegeben übrigens. Gibt es bei uns nicht, aber hätte es früher gegeben. Ja, stimmt, weil man guckt halt so ein bisschen drauf. Ich bin halt gerade auch in meiner Liste. Wäre halt auch mal schön gewesen, weil seit 2019 wäre es halt auch jetzt das erste Mal gewesen, dass die Ponys mal wieder ein Turnier gewinnen. Auf einer deutschen Tour oder Qualifier oder so. Wir hatten die Story mit Melanie Gernhardt. Werden wir gleich auch noch kurz drüber reden. Das ist dann halt so. Und wenn du dann da die Chance hast und du eigentlich ja auch gewinnen musst, also nicht musst, weil die Sarchteller sind gute Gegner, aber du gehst als Favorit dann da rein und hast es wirklich auch in der eigenen Hand, dann hat man schon gemerkt, dass es David und Bennett sehr gewohnt hat. Obwohl sie ansonsten einen sehr guten Eindruck wieder machen. Bennett ist endlich wieder gesund. Das ist geil. Schnell kann er wieder hauen, genau. Das ist gut. Aber ich fand das, also das Finale konnte ich mir, ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber alles, was ich gesehen habe, das kann man sich, da waren einfach vier sehr gute Volleyballer auf dem Feld. Das konnte ich mir sehr, sehr gut geben. Erstes Brüderduell, eine Historie des Beachvolleyballs. Auch geil, aber alles in allem einfach vier hervorragende Volleyballer und vier wirklich perspektivisch richtig wichtige Spieler auch für die Tour und das Produkt. Also gerade die Sarchteller sind halt, die sind perfekt dafür. Benni ist ja übrigens, das ist geil, ne? Weil ich habe ja noch internationale Punkte, er meinte, ob ich nicht mal irgendwann eins mal mit melden kann, weil die müssen halt irgendwie dieses, die wollen ja auch weiterkommen. Du könntest halt der Tür öffnen, haben sie selber gesagt, könntest du sein, oder der Wegbereiter, der dann einmal mit ihm im Turnier spielt, vielleicht im Optimalfall gewinnt ihr ein bisschen was. Im Future reicht nicht einmal, weil es sind so viele Teams gerade, da musst du schon echt zwei, drei Wochen dann spielen. Das ist halt schon krass, weil die wollen ja unbedingt, die melden jetzt gerade die Futures, aber bei jedem Future sind sie dann so Nachrücker, ein, zwei Chancen geben, da bin ich mir sicher, aber jetzt gerade keine Chance. Ja, ich fand das, was krass war, ich fand halt, was mich dann gewundert hat, ist, dass Fretschner so war im Halbfinale gegen die Sagstädter, warum fängt Robin plötzlich an zu ziehen und trifft Benni Sagstädter die ganze Zeit im Block? So, warum? Er hat doch im Achtelfinale, zum Beispiel am Tag davor, gegen mich, wenn er geschlagen hat, ich habe glaube ich, ein, zwei Mal hätte ich einen Ball mal blocken können oder so. Und ich bin jetzt trotz meines Zustands, gerade ich bin ja immer noch höher als Benni im Block. Und der kriegt es halt gegen Benni, will er dann wieder ziehen, weil er den Blocker nicht sieht oder so. Also ein paar Sachen habe ich nicht verstanden, weil Fretschner so war, muss ich zugeben, habe ich nicht gecheckt. Ja, also ich meine vorher, ich meine gegen euch, da konnte man ja schon drüber sprechen, dass das schon in Teilen recht erwachsen war, gerade dann auch den dritten Satz und so weiter. Und da ein paar Trunchteil-Momente waren. Ich meine gut, vielleicht war es auch einfach mal kurz outstanding, weil Lukas dann auf einmal halt zwei Asse klopft, wo ihr einfach nichts machen könnt und du dann am Ende deinen Hut ziehst und sagst, ja gut, das war dann halt dann der Decider. Gut, im Halbfinale war es dann halt wieder so ein bisschen diese Wackler. Man hat sehr früh bei Lukas gemerkt, das ist dann immer der Klassiker bei ihm, man merkt halt früh bei ihm so, wenn er irgendwie einfach nicht so richtig da ist. Dann braucht er auch lange und dadurch, dass dann auch Robin jetzt immer die letzten Jahre eher so bei sich war, dann kriegen die sich da auch nicht raus. Also die schaffen es nicht, dann sich da irgendwie nach raus zu bekommen und wenn Lukas es dann nicht selber schafft, dann wird es halt manchmal, also dann ist es halt krass zu sehen, wie sie dann auch so einen kleinen Niveaueinbruch dann sozusagen bekommen. Bei diesen Fähigkeiten, die du ja siehst, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich habe mich nur geärgert, weil wir haben ja gegen die im Achtelfinale, das war ja ein okayes Spiel, hätten die da nicht ein ganz akzeptables, gutes Spiel gemacht, dann hätten wir ja echt sogar noch eine Chance gehabt, sonntags zu spielen. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte gerne mit Mirko noch ein paar Spiele mehr gemacht. Ja, also ich meine jetzt, so wie die Sackstelle das gespielt haben, haben wir das Turnier gewonnen, kann man jetzt nicht sagen, ihr hättet die Sackstelle das geschlagen, aber ihr hättet eine gute Chance gehabt, da in einem Halbfinale gegen die Sackstelle das auch gerade dann, weil für dich ist es dann nicht mehr so schwer, weil Benni halt mit seinem Blog Jonas macht nichts, Benni ist dann auch nicht dein Match im Blog und von daher hättest du deinen Side-Out durchspielen können. Vielleicht hätten sie dann sogar mal auf Mirko geswitcht, was ja sonst keiner gemacht hat und dann... Hätte ich nicht empfohlen. Hättet ihr... Nee, der Mirko war schon saugut. Also das ist gerne gleich das nächste Thema, wie es war mit Mirko, aber ja, deswegen. Also ärgerlich für euch, aber mein Gott, juckt ja auch nicht. Mirko hatte trotzdem eine Riesenzeit, der hat sich auch nochmal bedankt und fand es super, super geil und freut sich, wenn er irgendwann vielleicht nochmal hier ist und das Ganze machen kann. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch nochmal Synergy mit Schweiz und Deutschland. So, er hat ja auch ein paar Kontakte und so weiter, aber das war... Ja, war saugeil, ihn da zu haben und jetzt kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es war mit Mirko. Der kann ja bald spielen einfach, ne? Also ist ja auch... Ich glaube, mehr Kontrast als Spieler im Vergleich zu Sven gibt es ja nicht, ne? Ein kleiner, spielfähiger... Und du zu Adrian Heydrich auch? Stimmt, wenn... Ja, genau, weil... Also Mirko war halt... Das hat ja so ein bisschen gedauert, aber auch, dass er sich auf mein Zuspiel verlassen kann oder so ist ja für Mirko auch... Also der meinte halt, er sieht so alles gefühlt dann, ne? Und das ist halt geil. Dass ich besser zuspiele als Adrian, ist auch klar. Das ist auch nicht schwer, muss man dazu sagen. Ja, und ansonsten war das halt ärgerlich. Das erste Spiel haben wir ja gut. Wir haben auch gegen Just Wüst, die haben auch gut gespielt. Haben das dann zuspielt gecheckt, dass wir wirklich so den nächsten Gang schalten müssen. Dann war das Spiel vorbei. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, dann gegen Erik und Niklas, die übrigens... Die sind nicht... Die waren vorbereitet. Die waren nicht so schlecht. Nein! Ey, Erik ist fit, hast du den mal gesehen? Der hat ja einmal so aus Spaß auch hier seine Pose gemacht. Erik ist im Saft. Niki ist auch viel fitter, als das während der GBT die ganze Zeit war. Die sind definitiv ein gutes Bitchweiler-Team. Die sind jetzt One-Two rausgegangen, aber halt auch ärgerlich, weil die hatten zwei sehr gute Gegner, dass ihr halt auch in Loserbaum waren. Direkt waren auch bitter für die. Ich glaube, Niklas, wann hat Niklas dich das letzte Mal überhaupt schon mal geschlagen? Keine Ahnung. Schon ein bisschen was her, glaube ich. Ja, das ist halt dann schwierig so, aber die haben auch gut gespielt, Mann. Also, das ist kein Meme-Team so, ne? Nö, man hätte denken können, so, und dann gegen Fretschner-Soba war halt ärgerlich. Ich glaube, in der Runde hätten wir gegen jeden anderen mit der Leistung gewonnen. Das wäre halt, ne? Aber gut, so ist es halt dann jetzt. Also, ist in Ordnung. Aber wirklich geärgert dann eigentlich nicht im Nachhinein, oder? Was mich ärgert, ist halt, dass es mir Freude bereitet hat, mit Mirko Beachvolleyball zu spielen, weil man mit dem gut spielen kann. Und dass die Chance dann jetzt so vorbei ist. Ich meine, gut, jetzt habe ich das Glück, jetzt spiele ich mit Nates. Nates ist jetzt, Nates ist nicht so outstanding wie Mirko, sorry Nates, das würde es aber selber so sagen. Aber mit Nates kann ich auch gut Wolleball spielen. Und ich glaube, die Zeit kommt jetzt noch. Und dann habe ich mich ärger, ärgert, dass ich es schaffen müsste, ein bisschen fitter zu sein, um auch der Qualität des Partners dann irgendwie noch gerecht zu werden. Mit Mirko ging das jetzt noch, aber Nates spielt ja noch mit Anspruch und hat sich vorbereitet oder so. Mit dem wird es jetzt auch nicht so leicht. Ja, genau. Der hat letztens hier fast ja dagegen Herrera Gavira gewonnen, bei diesem Future-Turnier. Also von daher. Das ist schon alles nicht, das ist schon nicht so leicht. Aber ich, also, das ist halt der Fokus, den ich da jetzt gerade drauf geben kann und nicht mehr und nicht weniger. Ich war Sonntag um, keine Ahnung, um eins im Bett. Ich bin gestern um fünf Uhr aufgestanden. Das Krasse ist ja noch viel schlimmer. Ich bin halt ab Viertel nach vier wach. Heute Nacht habe ich acht Stunden durchgeschlafen. Das war geil. Heute Nacht habe ich einfach so von eins bis neun habe ich geschlafen. Aber ich war einfach Sonntag auf Montag von eins bis vier Uhr fünfzehn geschlafen und saß dann um fünf Uhr vierzig oder so saß ich im Zug nach München, weil ich da ein, zwei Themen hatte. Und da ist der Fokus halt. Und ich kriege es halt nicht geschissen. Also ich trainiere heute Abend jetzt nochmal mit Nate so am Ball. Aber eigentlich müsste ich eher ins Gym gehen. Aber er will natürlich am Ball trainieren, um irgendwie eingespielt da zu sein. Eigentlich müsste ich eher ins Gym gehen, weil mir viel weh tut am Körper. Das ist gerade wirklich nicht, das ist nochmal schwieriger als letztes Jahr, wo man gemerkt hat, dass man nicht mehr hundert Prozent gehen kann. Trotzdem haben, glaube ich, selbst auch alle Hater, die es natürlich gerne gesehen haben, dass du halt im ersten Spiel schon wirklich sehr schlecht warst. Ja, ja, stimmt. Dass du dich dann aber auch doll gesteigert hast, so in jedem einzelnen Spiel. Und das wird auch so bleiben. Also klar, ich glaube nicht, dass du auf dem Niveau anfängst, was du gegen Fred Schnazowa gezeigt hast. Nie. Da wirst du dann wieder ein bisschen schlechter sein. Ja. Aber dafür wird dann der Step und dann die Endstufe, außer ihr kassierten One-Two-Barbecue, wird halt schon wieder besser sein, als das, was du dann da gespielt hast. Könnte passieren, ja. Und dann sind wir auch sehr, sehr schnell in der Richtung, auch wenn ihr ja gerade, wenn man auf die Setzliste guckt, jetzt nur noch Seed 9 seid. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Betzin Kühlbauer und Feuer auf 10 sind jetzt ein bisschen vorbeigezogen, weil die jetzt halt das gute Ergebnis hatten. Ja, ihr werdet schon sehr konkurrenzfähig sein. Also es ist allgemein, ey, auch vielleicht, es ist ja, kam ja nicht viel so Thema mit hier, Frauen, Chor 2 und so weiter. Aber ich verweise einfach nur nochmal drauf, guckt euch dieses historische Teilnehmerfeld an. Also wann war es das letzte Mal so ausgeglichen? Und es fehlt wirklich hier, nochmal liebe Grüße an den Redakteur, es fehlt niemand außer Nils und Clemens. Alle sind da und das Teilnehmerfeld, wenn man guckt, Erdmann, Timmermann sind die 10, mit einem Theo, der hier 30 Asse schlägt, so die können auch jeden schlagen. Und dann durch die Bank hast du nur geile Teams. Und außer Quali kommen ja auch noch zwei geile Teams. Und außer Quali, ja, wie tough ist denn bitte die Quali, wo du dann erstmal gucken musst, so Just Wüst haben jetzt glaube ich gezeigt, dass die auch ins Hauptfeld gehören. Die Wölfe sind da. Die beiden können richtig gut Ball spielen. Die mag ich sehr gerne. Da bin ich wirklich, gucke ich gerne zu. Ja, Louis schon ganz viel hier, Geburtstagskind Louis, alles Gute nochmal nachträglich. Hat sich auch ein Riesenlook von Mirko. Max Just ist auch sauenproof, man. Der hat vor allem eine Bewegungsruhe und der hat eine Idee so. Und der ist ein richtig guter Junge. Wirklich. Also den mag ich wirklich gerne. Das ist für mich eins der Teams. Und neben den Sargstätters freue ich mich wie Sau. Auch, dass der Vater immer dabei ist und so. Das ist einfach so geil. Ich liebe diese Konstellation der Sargstätters. Das ist überragend. Aber sagst du echt, jetzt hier die beiden, die beiden Jungen hier, Max und Louis, das ist echt so ein Team. Freue ich mich drauf, dass die auf der Tour sind, dass die sich da jetzt etablieren und dann Perspektive steigen. Wird so das Breakoutier wahrscheinlich sein, wo sie sich dann da reinspielen. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Finde ich richtig geil. Ja, ey. Und wir sind da hingekommen, dass jetzt hier so ein Manu Harms, der jetzt ja die letzten Jahre auch dabei war, der dann jetzt sich mit Leo Hauschitz zusammengetan hat, einfach darauf guckt und sagt, ey, Quali, schaffen wir nicht. So, lass lieber einen Cut einspielen, Bruder. Ja. Weil da kriegen wir halt zumindest mal ein paar Punkte. Weil du musst jetzt richtig, richtig kämpfen. Es ist so gefährlich. Auch so, wenn du jetzt mal guckst hier, ja, in Richtung, wie gesagt, Wölfe. Ich werde mit Nates auch Quali spielen müssen. Ja, das kann passieren. Ja, klar, ich gehe natürlich auch diesen harten Approach mit Leuten zu spielen, die null Punkte haben. Ja. Aber es wird auch passieren, dass wir Quali spielen müssen. Es ist einfach so. Ja. Passiert. Außer wir rotzen jetzt richtig einen raus, glaube ich aber nicht. Und dann gucken wir mal. Also, es ist spannend. Aber ich habe da Bock drauf. Ich bin übrigens auch jetzt, ich habe die Wildcard auch auf Norderney bekommen, jetzt vom NWVV. Ich bin jetzt auf Norderney mit Nates im Hauptfeld. Das ist gut. Also, wir wären auch punktetechnisch wieder im Hauptfeld gewesen, aber das ist halt diese ausländische Spielertalte. Das ist nicht so schwer. Ich hatte auch schon eine Hauptfeld-Wildcard, habe ich schon versprochen. Das stimmt. Tatsächlich hätte ich bekommen, das letzte Mal, wenn das Turnier stattgefunden wäre. Aber auch das ist gut besetzt, das Turnier auf Norderney. Das ist geil. Ja, das wird auf jeden Fall sehr gut. Ja, komm, dann lass uns den Frauen nochmal gucken. Ja. Und bei den Frauen warten wir natürlich jetzt einfach drauf, dass so die Nationalteams ein bisschen zurückkehren. So, klar, wir gucken jetzt in die neue Meldeliste. Und aktuell stehen Müller-Tilmann und Ittlinger-Schneider noch drin. Wir haben ja auch bei Männerfeld noch diese Doppelmeldung. Bei Fred Schnasowa, das ist ja interessant. Ich habe gar nicht, ich muss ich mal nachgucken jetzt gerade live, auf welchem Nachrücker sie jetzt gerade sind für Ostrava. Weil da haben sie nochmal gesagt, wenn sie auf drei kommen, sind sie gerade, dann werden sie fliegen. Also Fred Schnasowa werden nach Ostrava fliegen, werden da dann hoffen, dass sie reinkommen. Dann heute. Ja, vermutlich. Und dann heute Abend? Morgen ist dann schon. Nee, heute Abend wissen sie, ob sie reinkommen oder nicht. Und selbst wenn sie die Quali verlieren sollten, haben sie gesagt, dass sie wahrscheinlich dann in Düsseldorf trotzdem ein Spiel werden, weil es zeitlich halt geht. Ja. Also sie schaffen das halt. Ich habe keine Ahnung, wie das bei den Damen-Teams ist, ob die auch bereit sind, den Weg da zu gehen, weil das trifft ja dann halt auch natürlich Ittlinger, Schneider, die gerade drin sind. Ich glaube, Sandra und Isa hatten mir das gesagt, dass sie es so machen wollen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das wäre sehr cool natürlich, weil da, ich meine klar, dann haben wir halt einen Hochkaräter, dann könnte es vielleicht ein bisschen langweilig werden in Richtung Finale. In Richtung Turniersieg dann, ja. Ja. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, aber sonst wäre ja schön, wenn die sich auch alle mal blicken lassen. Ja. Aber ansonsten, eine Sache muss ich mal sagen, schon cool, dass Kira dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht als Turnierausrichter oder sonstiges oder als Bruder gesprochen, sondern einfach nur, weil die Alte einfach Ball spielen kann, ne? Die kann einfach Ball spielen. Hat sich ein bisschen verkalkuliert mit ihrer Aktion da, beim Matchball gegen sich, die Linie zu verschieben und der Ball wäre einfach drauf gewesen. Also da waren wir uns eigentlich, waren recht viele sich sicher. Na gut, war eine sauinteressante Szene, war auch nochmal spannend, dann wieder diesen, dann auch, ey, wo ich mich immer freue, dass ich sowas dann auch einfach nicht weiß. Da möchte ich auch eigentlich gar nicht hinkommen, dass ich hier das ganze Buch auswendig gelernt habe. Dann mit diesem Casebook und dann dieser bescheuerten Regel, dass du dann irgendwie, dann sagst, der Challenge war nicht möglich, dann musst du irgendwie die Linie wieder gerade ziehen, dann guckst du dir den Ballabdruck an und so, meine Güte, dann musst du überlegen, ob du ihr rot gibst, wann du ihr rot gibst, weil hätte sie erst rot bekommen und dann den Punkt, dann wäre es halt auch egal gewesen. Also, boah, das war auf jeden Fall total bescheuert. Aber ja, wenn Kira da ist, auch wenn sie natürlich noch weit davon entfernt ist, von ihrem Prime-Niveau, ist das eine Riesenbereicherung. Ja, das finde ich cool. Das ist echt gut. Und dass sie es auch mit Leo jetzt dann so gut gemacht hat, ist so in Ordnung. Also, ich finde das, Ja, ist ja ein geiles Match. Deswegen, die sind schlagbar so in der Kombination safe. Natürlich. Aber es ist ja trotzdem spannend zu sehen, wenn da einfach diese physische Macht und vor allem, wenn Kira sich noch ein bisschen jetzt reinfuchst über die Raps in der Abwehr. Die wird aber auch noch besser jetzt. Die ist ja auch schon von Stück zu Stück wieder ein Stück besser geworden und die ist ja, die ist physisch auf einem Niveau, wo es okay ist. Und das reicht erstmal aus. Ja, finde ich richtig spannend. Nö, rein ins Hauptfeld und Quali sollte kein Problem sein und ansonsten wollen die auch einfach nur spielen. Aber bei Quali sollte kein Problem sein, dann zwei Spiele und Donnerstagabend noch das erste Spiel machen. Das wird halt dann heftig. Weil drei Dinge am Tag ist halt so, weiß ich nicht, ey. Ja. Naja, aber wie gesagt, coole Story mit Melli. Hat mich sehr für sie gefreut zusammen mit Anne und war ja auch sehr unterhaltsam. Auch Anna Behlen zusammen mit Sarah Overlander war auch ein cooles Interim-Thema. Ja, genau. Und deswegen. Und das ist ja auch die Hauptsache, ab Samstag, wenn wir dann halt auch die entscheidenden Spieler am Start haben und so weiter, wenn dann alle Spiele auf Court 1 sind, dann sehen wir sie ja auch alle wieder. So, ne? Die ganzen Top-Teams, die wir dann auch sehen wollen. Ach. Lass uns mal nicht so tun, als wenn wir, nochmal, es gibt auf Court 2 gibt es einen Drei-Kamera-Stream, einen kommentierten Drei-Kamera-Stream und dann sind die Frauen halt da und die Männer auf dem Center-Court und fertig. Ganz einfach. Weil das Spiel im Durchschnitt interessanter ist und auch weil die Einschaltquoten der ganzen Sache auch gerecht werden, muss man auch mal ganz klar sagen. Wir haben jetzt 2000 Stunden Beach-Barber-Content gemacht. Wir wissen, wann ihr zuguckt und wann nicht. Also labert uns nicht voll mit der Scheiße. So, Ende raus. Der Donnerstag-Freitag-Faktor ist jetzt auch noch nicht so riesig mit Thema hier, Tribünen sind voll und so weiter. Ein Thema müssen wir noch machen, komm. Weil, ich habe es jetzt gestern im Magazin, glaube ich, schon hinreichend gemacht. Ich habe mir auch noch ein bisschen Mühe gegeben und mit den Jungs noch gequatscht. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Okay, sehr schön. Also, natürlich geht es um die Spielabbruch-Geschichte, was ist passiert für alle, die jetzt komplett in den Schrank pennen. Wir hatten Freitag durch den Verzug mit dem Wetter hatten wir dann ein bisschen Probleme durchzukommen. Dann wäre am Ende die Wölfe, die die ganze Zeit gewartet haben, weil die hatten dann nur dieses eine Spiel, wollten unbedingt spielen gegen Erdmann Timmermann, die vorher unglaublich bitter gegen Becker-Dollinger in einem Dreisatzspiel, was sie eigentlich gewinnen müssen, wo sie dann das noch verlieren. Und dann gab es die Diskussion. So, Joni und Theo saßen wohl auf dem Hotel und haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt noch passiert, weil sie sich dachten, das schaffen wir doch niemals. Dann kam irgendwann halt von den Wölfen so, ja, nö, wir wollen auf jeden Fall spielen. Dann wurden sie, glaube ich, auch noch vom DVV angerufen und dann so, ja, hier, kommt mal ran, wir wollen auf jeden Fall spielen. Wurde nochmal drüber diskutiert, die Wölfe wollten es unbedingt, dann bist du mit dazu gekommen, ich stand auch mit daneben, aber deswegen ist wichtig deine, weil du wirst immer zitiert, gerade aus der POV der Wölfe. Und dann, ja, ich war daneben, hast du, glaube ich, so paraphrasiert, sowas gesagt, wie, kommt mir nicht mit der Scheiße, dass am Ende so viel... Okay, wir pfeifen jetzt an, aber kommt mir jetzt nicht mit so einem Scheiß mit hier abbrechen, wenn wir jetzt anfangen, dann spielen wir durch. Dann haben die Wölfe direkt einen Joke gezogen, weil dann auch der Coach irgendwie meinte, ja, das sind doch Wölfe, die haben Nachtsicht. Ja, genau. Bei uns müsst ihr uns keine Sorgen machen. Und Theo und Joni haben laut den Wölfen auch zugesagt bei der Prämisse, das kann ich nicht verifizieren, weil da habe ich nicht viel von mitbekommen. Er kann ja auch nicht sagen, ich spiele nicht. Wenn der Turnierorganisator sagt, ich pfeife an, dann pfeifen wir an. Und dafür zu dem Zeitpunkt, als wir angefiffen haben und auch Schatten spielen können, ist 100% richtig. Zu dem Zeitpunkt, als Joni dann gesagt hat, geht nicht, zu dunkel war, stimmt auch. Danach dann immer wieder eine Viertelstunde heller wurde, weil dann diese Wolkendecke weg war, stimmt auch. Alles okay. Am Ende will ich da gar nichts, ich verstehe Peter, wenn der da irgendwie angepisst ist oder so, will da gar keinen Fass aufmachen. Aber Joni ist halt auch ein Veteran und Joni hatte zwei Stunden vorher ein anstrengendes Spiel. Joni wusste wahrscheinlich, dass seine Chancen am Samstagmorgen größer sind als am Freitagabend nach dieser wirklich herben Niederlage, irgendwie 13,9 oder so vorne gewesen im dritten Satz gegen Becker Dollinger und dann verloren. Und das ist ja nicht nur physisch, sondern auch im Kopf halt, also auch psychisch irgendwie anstrengend. Und dann hast du bei Joni ja schon gemerkt, der hat sich schon aufreizend viel Zeit gelassen und hatte in seinem Kopf schon die ganze Zeit, dass er eigentlich dieses Spiel verliert. Dann kam es ja irgendwann zu der Auszeit, ich glaube bei 11,15 gehen sie nochmal in die Auszeit und dann sagt Joni zu Theo so, ey Partner, so wir ziehen jetzt nochmal voll durch, aber wenn wir merken, das ist ja nicht mehr unser Spiel, weil wir sehen nichts und du kannst nicht mehr so aufschlagen, wie du aufschlägst, dann ist das Quatsch, dann brechen wir ab. Und dann meinte Joni nochmal, ist aufgestanden, meinte okay Partner, Theo sagt okay, sie verlieren den Satz zu 13, glaube ich, und danach ist dann vorbei und dann ja, Peter war dann schon sehr emotional, da sind ja auch ein, zwei Worte gefallen, dann gab es mal kurz die Haarbombe und so weiter. Darf er doch machen? Ist doch ja. Joni hat sich das glaube ich auch so ein bisschen mitgenommen und solange Peter da sich nicht noch irgendwie mal im Nachhinein mal für entschuldigt, wird da vielleicht ein kleines bisschen was nachbleiben, aber naja gut, deswegen, war mit beiden abgesprochen, Peter hat nochmal ausrichten lassen, dass er zu dem, also er hat das gesagt, was er dachte, hat er gesagt und dazu steht er auch und findet es nach wie vor, dass es eine Kack-Aktion war und unfair war. Georg war ja ein bisschen dann der Vermittler, hat mit Joni sich auch ausgesprochen, Georg fand es trotzdem auch unfair, hat er auch nochmal gesagt und mit Joni habe ich auch gesprochen, der, ja, ja gut, jetzt haben wir halt ein bisschen Feuer auf der Tour, ist doch im Zweifel auch nicht schlecht. Ist doch scheiß, ach hätten wir Feuer, als hätten wir nicht nächste Woche schon wieder vergessen, ist doch scheißegal. Also ehrlich, es ist schon tausendmal passiert, dass wegen Unwetter oder sonstiges Turniere nicht durchgespielt wurden und am nächsten Morgen angesetzt wurden. Schon tausendmal passiert. Darf wir da jetzt so ein Ding draus machen, nur weil es jetzt das erste Mal so wirklich hautnah und nah passiert ist. Ja, und wenn man es halt mitbekommt, das darfst du ja nicht vergessen. Wir haben es doch auch letztes Jahr beim King of the Beach haben wir es doch auch gemacht, da haben wir auch das letzte Spiel abgebrochen wegen Regen und sieben Grad und haben am Samstagmorgen gespielt. Haben wir doch auch gemacht. Würde ja auch kein Hahn nach Krähen, aber dadurch, dass man halt im Stream dann hört, dass dann vielleicht mal kurz ein bisschen Feuer drin war, interessiert es die Leute halt und deswegen ist da auch unsere Pflicht, da mal ein bisschen nachzuliefern. Wie gesagt, ach, ich finde so ist halt jetzt alles richtig gelaufen. Wann heißt richtig gelaufen? Es ist alles so konform gelaufen, wie es sinnvoll war und hat man halt spielen, ich hätte weiterspielen, komplett durch hätte spielen können, hat Joni ja auch einen Punkt und dann ist das Thema dann auch erledigt. Ist doch fein. Also ich sehe das Problem nicht, ganz ehrlich. Ja, okay, dann machen wir da einen Haken hinter und dann schauen wir mal, ob die Wölfe ins Hauptfeld kommen, ob sie dann nachrutschen und dann die Quali gewinnen und dann gibt es ja vielleicht ein Rematch und da freue ich mich dann auf jeden Fall drauf. Ja, das wäre geil. Das stimmt. Das würde auf jeden Fall Spaß. Das kann ja gerne so ein Hasskipfel bleiben, ne? So wie Karambula gegen Wickler. Hast du das gesehen? Jo, ey, das fand ich richtig geil. Clemens, ey, der hier schön seinen Partner verteidigt, dann dahin geht und dann so wirklich, ne, so fast am Gesicht an der Stahl ist bei Adrian, der natürlich direkt zurückpöbelt. Ja gut, aber der auf dem Feld ist doch klar, dass er zurückpöbelt. Das war saugeil. Das hat auch Spaß gemacht. Ich fand das gut. Sehr gute Entwicklung, Clemens. Und dass sie sich dann am nächsten Tag noch am Flughafen vertragen müssen, ist doch scheiße. Lasst die Leute doch in ihm glauben, dass ihr euch hasst ein paar kubanischen, ein paar italienischen und dann hast du auf jeden Fall Spaß. Ja, ist eine schöne organische Überleitung von dir gewesen. Dann lass uns doch mal ein bisschen über das Turnier reden. Also endlich aus der Sicht von Nils und Clemens noch ganz ganz wichtig. Endlich, du siehst so, als hätte es Monate gedauert. Das ist auch vollständig. Nein, aber trotzdem sausau wichtig auf jeden Fall. Erstmal ganz, ganz wichtig für die Voraussetzung, gerade hier im Hinblick auf Elite 16, dass man da dann vielleicht auch mal sicher immer nicht nur durch ultrataffe Qualis durchboxen muss, sondern irgendwann da mal reinrutscht. Ich meine, wir sehen ja, wie schnell es jetzt hier gehen kann mit diesem neuen Konstrukt, McHugh, Burnett, die quasi keiner kennt hier in Deutschland, sind dann auf einmal C3 bei so einem Turnier, bei so einem Challenger, stehen dann auch am Ende im Finale gegen die jungen Schweden. Wichtig auf jeden Fall, ganz, ganz wichtige Punkte in Richtung 500 Euro. Zu früh. Ja, ist trotzdem gut. Für die Ausgangslage ist es trotzdem sehr, sehr wichtig, auch wenn es noch nicht zählt und so weiter. Macht zu dem mal keinen Stress. Was hat Mirko gesagt, ob die sich direkt qualifizieren zu den Olympischen Spielen? Der hat nein gesagt, ne? Der ist nur neidisch, weil die alle so gut Sprung zu spielen und so weiter können. Ach so, okay. Und deswegen beurteilt er das Falsche. Mirko hat da falsche Meinung. Du, Lava, komm, ey. Hat da ganz falsche Meinung. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen immer zwischendurch geguckt, ich habe jetzt keine kompletten Matches oder so gesehen. Freut mich, also, warte ich erst mal, unterschätzt ist eine Sache zu den Frauen. Auf dem Niveau haben wir halt, auf dem Niveau haben wir halt, wir haben halt so eine sehr gute Mittelklasse Frauen international gerade, ne? Die können alle so, diese Challenger, diese schlechte, muss man dazu sagen, war ja auch ein schlecht besetztes Challenger, dann gut spielen und bis zum Ende spielen und laufen dann im Viertelfinale sogar aufeinander und solche Sachen. Das ist ja schon mal sehr, sehr geil. Und das ist bei den Männern, dass jetzt Nitz und Klin sich da durchsetzen, auch nicht bei einem gutsetzten Turnier, zeigt aber auch genau, glaube ich, ihre Qualität. Da jetzt mitzuspielen und dann jetzt mit den nächsten, und das wird passieren, mit dem nächsten Prozentpunkt, mit dem nächsten bisschen Sicherheit oder so, diese Teams dann auch immer wieder zu schlagen, gegen die sie jetzt gewonnen haben. Das fand ich ganz geil. Also ich fand, das hat mich wirklich gefreut. Habe jetzt noch nicht mit Tommy wirklich so persönlich drüber gesprochen, weil wir ein, zwei andere Themen hatten, aber das ist eine gute Sache und ein wichtiges Ergebnis für die beiden einfach. Also ein Turnier zu Ende spielen ist ja auf der World Tour auch nicht gang und gäbe. Habe man, glaube ich, auch gemerkt, wie sie sich gefreut haben und deswegen, nö, dass wir drei deutsche Damen-Teams dann im Viertelfinale haben, ist cool, so, dass eins davon im Halbfinale steht, da dann leider halt nicht gewinnt, aber halt auch gegen, ist ja auch so krass, wie schnell es geht jetzt, mit Taliqua Clancy und Maria Feja Tacho de Solá, die dann einfach echt richtig Probleme haben, jetzt hier irgendwo reinzukommen in die großen Turniere und für die das jetzt auch total wichtig ist, da jetzt mal ein richtig gutes Ergebnis gemacht zu haben, ey, und natürlich gewinnt dann wieder so ein Ami-Team, was man vor einem Jahr noch gar nicht auf Rechnung hatte, weil sie nie spielen durften international, ja. Aber das ist der richtige Punkt, also schön zu sehen, auch gerade wieder echt eine gute Leistung einfach auch von Sandra und von Isa, die sind ja auch kein schlechtes Team und können schon mit sehr gutem Spielaufbau, mit guter Spielqualität und mit guter Ballkontrolle, ich meine, Sandra ist ja auch eine spielfähige Blockerin und so weiter, da können die schon sehr, sehr gut mithalten, aber lasst uns nicht vergessen, dass halt etliche, etliche, etliche Teams fehlen, gegen die du dich perspektivisch durchsetzen musst, wenn es dann halt Richtung Paris und so weiter, Richtung bei einer WM eine gute Platzierung und, 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 und und dann auch Elite-16-Turniere, da sehen wir dann halt die ganze Wahrheit. Ich habe übrigens noch ein bisschen Gossip aus der Spielergruppe, aus der IBVPA-Gruppe, das ist ganz geil. Erstmal, also die Trainingscords wurden vorher in der Türkei einfach unter aller Sau, steinhart und haben sich alle irgendwie Arme und Beine und sonstiges aufgerissen, mussten sogar ein, zwei Teams-Mustab-Sagen, ich wusste nicht wer, geil, kam irgendwann in der Gruppe, wenn du um neun Uhr gespielt hast und um zwanzig nach sieben dann das Shuttle haben wollte, so ein Shuttle-Bus zu den Chords, ja, ging nicht, weil die Offiziellen und Schiedsrichter zu der Zeit dahin gefahren werden. Solche Sachen passieren da nämlich, ne? Das ist halt geil, weil die mich vorher angemeldet hatten und dann in Großgruppen irgendwie zu den Chords gefahren werden und dann werden die Spieler den Mittag gesagt, er nimmt doch ein Taxi. Das ist geil, Alter. Wir reden hier davon, weißt du, Joni, wenn wir einen Tag keine Bananen haben, ist scheiße, ne? Aber besser als Steine und Eisenplatten auf dem Kord und sich nicht die Beine aufreißen, so würde ich das eher formulieren wollen, Digga. Sehr gut. Ja, das ist immer noch ein wildes Abenteuer bei diesen Turnieren, bei diesen exotischeren dann da, auch wenn Türkei jetzt nicht unbedingt exotisch ist, aber zumindest das erste Mal haben die jetzt ein Turnier ausgerichtet und da merkst du halt, dass es so an ein paar Sachen dann hängt oder an ein bisschen Qualitätsanspruch einfach. Ja. Ja, ist krass. Was haben wir noch? Was war ihr Turnier-Dingens? Können wir bitte einmal kurz darüber reden, die Schweden, warum gewinnen die dann direkt straight away? Was ist da los? Hast du davon jemand gesagt, ich habe das Finale nicht gesehen. Also, dass sie dann gegen die Australier eine Chance haben, aber wie ist das denn passiert? Also, war erstmal ein ganz wildes Spiel, muss man sagen, mit viel hin und her, weil gerade auch am Anfang da nicht so viel aufging, von hier Sprung zu Spiel, dies, das. Aber es ist ja auch so, ich meine gerade bei den Bedingungen, die machen ja auch nicht nur wilde Scheiße, auch gegen Clemens und gegen Nils, gerade weil der Nils auch dann, der hat auch Topspin echt wieder Highlights gehabt. Ich glaube, das eine Spiel da, wo er vier Asse in dem ersten Satz hat und so weiter, sieht schon echt gut aus inzwischen, auch da die Blockqualität, jetzt geht es halt nur noch gerade im Winter drum, dann halt, das, was noch so ein bisschen fehlt. Da muss man halt spielen können, genau. Das ist so, da wird es dann halt ein bisschen, das ist noch das, was fehlt, weil dann gerade auch ein Clemens anfängt, mal öfter einen Block zu hauen, wenn er zuspielt und so weiter. Das sind dann die Punkte. Ansonsten nach wie vor, die Entwicklung, also das, was wir jetzt gerade schon sehen von den Entwicklungsstufen, ist gut. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die beiden eine Upside mitbringen, weil Nils mit dem Aufschlag und mit dem Blockpräsenter ist. Genau, so. Und ja, ich meine, die Schweden, die sind schon, also es ist so ein Turnier, ich sage jetzt auch nicht, dass es jetzt super verdient war und die jetzt irgendwie total dominiert hätten. Die haben halt einfach mit voller Anspannung und vollem Fokus darauf gespielt, das ist okay. Ja. Ja, das ist legitim. Die WM-Zulassung ist raus, Dirk. Ja, mit ein paar Überraschungen, ey, meine Fresse. Guck mal dahin, wer da alles in der Reserve-Liste steht. Ja, warte, pass auf, ich muss jetzt erstmal erklären. Also, das ist das Wichtigste. 48 Teams jetzt bei der WM, die jetzt in drei Wochen in Italien anfängt, die dürfen teilnehmen pro Geschlecht. 25 Teams, inklusive zwei Teams von der Ausrichter, von der Ausrichter-Nation, meint Italien, ja, werden, qualifizieren sich über die Entry-Points. Heißt, sind die vorne drin und zwei Teams, wie bei den Männern zum Beispiel der Fall, sind drin, dann qualifizieren sich quasi einfach stumpf 25 Teams über die Entry-Points, über die Weltreinliste, über die Entry-Points gerade, ne? Dafür zählen die besten drei der letzten vier Turniere, die gespielt wurden. Also, nicht wie früher vier aus sechs, sondern jetzt drei aus vier. Ja? Dazu kommen 20 Teams über diese Continental-Qualifikation, das machen die, das machen die ganzen, ganzen Continental unterschiedlich. Manche haben eine eigene Rangliste, manche spielen Qualifikationsturnier hier in Nausica. haben nicht deine Tailors, haben die nicht das Nausica-Ding gewonnen und sind deswegen bei der WM dabei. Haben wir ja kurz erwähnt, diese Story jetzt, dass es so auch so ultra-unprofessionell war, aber hinten raus haben sie es dann doch durchgezogen, haben sich da durchgesetzt, genau. Plus drei Wildcards, das sind dann insgesamt 48 Teams. So. Und dadurch sind da natürlich, und das hatten wir ja auch für alle, die jetzt wirklich uns schon länger verfolgen, 2019 hatten wir da auch, da sind natürlich ein paar Exoten jetzt dabei, ne? Aber vor allem, und das ist das Spannende, sind da halt Leute dabei, die sich nicht qualifizieren, wo es halt echt heftig ist. Alvaro, Evandro sind nicht am Start, Crabborn sind nicht am Start, Herrera, Gavira sind nicht am Start, Varenos, Vandafelde, Krati, Gabriel. Also da kannst du noch ein paar aufzählen, ich meine jetzt gut klar, Piotr Cantor. Warte, warte, einen Fehler hast du glaube ich gesagt gerade, ich muss gerade gucken, weil über die Rangliste das ein bisschen verwirrend in der Dingens eingestellt, bevor wir jetzt hier Unfug erzählen, warte mal, ich bin jetzt gerade in der Männergruppierung und Adrian, genau, Herrera, Gavira sind nämlich noch drin, das sind nämlich die letzten, die über das Entry-Ranking mit 1300 Punkten noch reingekommen sind, Dirk, die sind über den nationalen Spot, weil es nämlich vier National Spots in Europa gibt. Meint, du bist nicht unter den Top 25, aber Herrera, Gavira, Spanien, Bernsten Mohl, Norwegen, Hubert Ressler und Cantor Rudol, die vier sind über den Continental Spot drin, über die vier europäischen Continental Spots. Brasilien, Alvaro, Evandro, richtig, nicht dabei, gut dann, Capogrosso, Capogrosso sind auch nicht dabei, Born Crab, die wären wohl, und das ist das Krasse, dabei gewesen, wenn die nicht letzte Woche in der Türkei ein schlechtes Ergebnis gemacht hätten und sich dadurch in diese 3 aus 4 ein gutes rausgekickt hätten. Weißt du, sie hätten das auf dem Schirm? Ich sag, die hätten es nicht auf dem Schirm. Oder die hatten es auf dem Schirm und sagen aber, na gut, wenn wir verkacken, sind wir selber schuld. Könnte auch sein, weil da sind wir wieder bei Nordamerika. Bei denen ist beides zu zu trauen, ist krass. Spielen auf jeden Fall jetzt nicht WM, das ist echt heftig. Ja, und fahren aus Van der Felder halt auch nicht, die haben sich verpokert. Das ist halt auch krass. Ja, das sind halt Teams, die da, weil da tut mir dann auch schon wieder ein bisschen weh. Da machst du so ein 48er-Ding, da sind solche Teams nicht dabei. Dann ist da wirklich wieder sau viel Fallobst da mit bei, muss man schon sagen. Das ist echt tough. Also da tun einem... Was ist der absolut witzigste Exot? So die Iraner, die können Volleyball spielen, die Chinesen auch. Die Thailänder können auch halbwegs Volleyball spielen. Marokko geht wahrscheinlich auch noch. Mosambik wird wahrscheinlich sehr, sehr gut sein. Einer Dino, Monial, whatever. Was gibt es noch? Ghana wird auch herausragend gut sein, sage ich. Ghana wird sehr, sehr gut sein. Ja, es ist schon... Also, ja. Ich weiß nicht, warum man das macht. Immer noch nicht. Ich check's nicht. Da sind Teams dabei bei einer Weltmeisterschaft, die versuchen ja nicht mal zu spielen. Und jetzt kommen mir nicht Leute mit, mit hier strukturell, die Teams, die können ja nichts dafür oder sonstiges. Nee, aber dann lass es doch. Ich weiß nicht. Natürlich ist so ein Präsident, wird so ein Präsident bei einer WM oder in der FWB wird wiedergewählt, weil er von allen und der Präsident von Ghana hat genauso viele Stimmen wie der Präsident vom Deutschen Volleyballverband oder sonstiges. Ja, zählt genauso rein. Aber da musst du doch... Also, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich doch wieder alleine mit der Meinung, aber ich bin immer Freund davon, dass man halt sportlich entscheiden soll. Und wenn am Ende, auch dass es jetzt so krass ist, dass jetzt halt jetzt wieder nur vier Teams pro Nation teilnehmen, die davon nur vier Brassis dabei sind. Obwohl jetzt eine Woche davor oder jetzt in Ostrava sechs Teams im Hauptfeld sind von den Brasilianern. Ja. Verstehe ich nicht. Warum denn? Das Check ist alles nicht zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also von daher, keine Ahnung, wird wahrscheinlich noch so ein bisschen so bleiben, aber gerade wenn du jetzt guckst, hier gerade das Team, was jetzt hier das Challenger gewonnen hat, sind dann auch einfach mal nicht am Start. Ja, geht nicht. Geht meiner Meinung nach nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Was heftig ist bei den Frauen, bei den Frauen sind die Brassis, sind an zwei, an vier, an sieben und an neun gesetzt und es wären noch drei weitere auch auf jeden Fall drin gewesen, sind aber jetzt nicht dabei. Also die wären einfach, also es ist ein brasilianisches Team nicht dabei, welches an elf gesetzt wäre im Hauptfeld und sie dürfen nicht teilnehmen. Das ist bitter. Gute Nachrichten, vier deutsche Teams dabei. Haben sich alle über die Turniere jetzt, also alle auch Müller-Tillmann haben gut getankt, gut richtig gespielt. Das schöne in deutschen Blog, nur von keinen Sponzel, einmal kurz unterbrochen, ansonsten eigentlich alle dicht auf. Ja. Zeigt dann die Auslegung, aber finde ich geil, dass da zumindest vier Teams dabei sind. Aber setzen sie sich gegen die, also gehen wir hoch dann, setzt sich ein Team, wenn es darauf ankommt, gehen die Teams da drüber bei einer WM durch? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist das Schlimme. Aber da können wir ja, können wir in zwei Wochen drüber gehen. Sehen wir dann ja. Aber gut, klar. Ich meine, das sind schon, das sind schon gute Teams drüber, muss man sagen. Ist einfach so. Warte mal, ich habe einen Highlight bei der WM-Zulassung, habe ich. Lise Masit 31 vor, die Thailänderinnen. Uiuiui. Vora, Pia, Chajakon. Katscharakon und Kong, ne, war Kongpupser, Baruta, Wadde, irgendwas. Alter, Vater. Warum überhaupt Capslock? Das ist doch wirklich Capslock, einfach so sauer. Einfach wirklich so vollkommen sauer, was das mit dem Namen soll. Alter, das ist ganz wild. Das ist heftig. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wild. Ja. Sehr gut. Ich bin gespannt. Da werden wir aber nochmal drauf eingehen, wenn es losgeht. WM ist ja zehn Tage, da haben wir ein bisschen Zeit. Was wir nicht machen, werden jetzt jeden Tag eine Episode, so wie wir es 2019 gemacht haben. Äh, nee. Nee. Es ist abgelehnt. Das war auch schön, aber da waren wir auch vor Ort und das war so ein bisschen was anderes. Und das war auch in Deutschland. Ja. Okay. Das machen wir nicht. Ja, ansonsten, wie geht es weiter? Oder hast du noch irgendwas? Habe ich irgendwas Sportliches jetzt überrannt? Du warst so, warst jetzt auf diesem sportlichen Trichter. Ich glaube nicht. Ich habe, äh, ich war gestern in München und ich muss jetzt gleich noch weiter telefonieren in der Hoffnung, dass wir es echt Mitte Juni hinkriegen, weil der Spot, den wir uns angeguckt haben, da war, sag mal, so, da waren ein paar Irritationen oder ungeklärte Themen, äh, die, die da reingekriegt haben, die, die schwierig gemacht haben. Jetzt hoffe ich, dass wir noch irgendeinen Spot in München kriegen, weil ich war bei der Allianz, die finden alles mega cool so, sind zufrieden mit dem Start und so. Das ist schon mal wichtig, ne? Dass man einen Partner zufrieden stellt. Aber wäre halt natürlich auch nicht unwichtig, vor deren Zentrale quasi ein eigenes Turnier zu machen. Und da müssen wir jetzt gerade mal gucken. Es kann doch nicht sein, dass das in München so schwierig ist, ne? Ich check's nicht. Also ich check's wirklich nicht. Das ist krass, da bin ich gespannt. Und ansonsten sind wir in den finalen Planungen, können wir euch schon mal festhalten, äh, in den finalen Planungen, 30. Juni bis 3. Juli, German Beach Tour in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld. Und das wird geil, weil das ist ja in diesem King of the Court Stadium. Da ist eine Kombination aus, und jetzt pass auf, Leute, gerne dazu Feedback und so. Da ist eine Kombination aus, auf der einen Kopfseite, auf der einen kurzen Seite sind diese Boxen, ne? Erste, also Erdgeschoss und erstes, äh, Erdgeschoss sind diese Boxen, äh, wo vier bis sechs Leute auf so zwei, drei, vier Stühlen und so sitzen können, die kann man sich mieten. Dann gibt's eine, auf der einen langen Seite ist eine Tribüne, eine große, wo einfach eine ganz normale Tribüne ist. Und auf der langen, auf der anderen langen Seite ist unten so ein 40-Mann-VIP-Bereich, wo du unten wirklich so Kortzeit, das ist halt mega geil dann da, äh, da drüber dann Zehnerlogen, Zehnerlogen auch unterschätzt, geil, wenn ich so an die Gruppierungen denke, die am Wochenende da waren, Zehnerlogen, könnte funktionieren. Und es gibt noch auf der dritten Etage, also oben quasi drüber, gibt es noch Plätze, das sind, glaube ich, 80 Stück, die sind so Rooftop-mäßig. Das heißt, da oben stehen dann Schirme und so höhere Sitze und sonstiges, dann kannst du oben noch drauf sein. Und ich sag's euch, das könnte richtig, richtig geil werden. Also für alle Hamburger, die, äh, also für alle Hamburger oder Norddeutschen, die jetzt schon im, äh, Anfang Juli oder so Beachwayball sehen wollen oder German Beach Tour sehen wollen oder mal ein Event mit uns verbringen wollen, das liest dir jetzt alles an. Ich tippe, wir können schon am Wochenende ein bisschen was announcen oder mit dem Ticketing starten und ansonsten spätestens nächste Woche kriegt ihr die Infos hier. Das könnte, das könnte sexy werden, unterschätzten Highlight, wirklich. Ja, ey, wir haben so lange geschwärmt über das ganze Setup und dann da jetzt wirklich selber am Start sein zu dürfen. Wir kriegen nicht das Komplette, weil das ganz Komplette ist ja wirklich fünf Stockwerke hoch und rundherum geschlossen, das haben sie nicht aufgebaut, aber das wird halt mega geil. Das ist schon cool. Und die Woche danach ist auch noch 3x3 Basketball, mit dem habe ich auch gesprochen, das werden wir auch dort übertragen, das wird auch mega cool, das ist ein internationales Challenger, also nochmal ordentliches Niveau. Das wird schon ganz geil. Also auf Hamburg freue ich mich mega, das wird cool, aber ich hoffe jetzt erstmal, dass wir München nochmal klarkriegen. Werdet ihr mitkriegen, hoffentlich. Naja gut, dann bleibt es leider erstmal ein bisschen spannend. Ich hatte mir auch schon ein bisschen mehr erhofft, dass du vielleicht ein bisschen positiver was erzählen kannst. Ich bin gestern Abend richtig sauer zurückgekommen aus München, Alter. Weil ich eigentlich dachte, ich mache nur einmal einen kurzen Haken dran und einen Handshake, aber das geht dann nochmal in die nächste Runde. Ist ein bisschen anstrengend. Kann ich dann mal aufklären, wenn wir wissen, wie es ist. Na gut, dann mit einem leichten Dämpfer beenden wir dann heute die Episode. Ja, tut mir leid. Aber gut, wird schon da kommen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wenn man bedenkt, wie spontan alles war. Haben wir doch noch Zeit, um Mitte Juni-Turnier zu machen. München wäre aus vielen Ebenen schon auch ganz gut. A, für die Fans unten im Süden. Es ist einfach elementar, aber vor allem halt auch dafür, dass da unten ein Hauptsponsor sitzt, der auch die richtigen Leute mal dann ausführen möchte, um zu zeigen, hey Leute, hier, so sieht es aus, so ist es dann. Das macht schon viel Sinn. Klingt jetzt doof, aber das ist leider wichtig. So, deswegen. Ja, schauen wir mal. Also nächste Woche wird es da hoffentlich finally mal irgendwie ein Go geben oder so. Ja. Gut. Das war es. Das war es von mir. All right. Dann sagen wir wie immer Dankeschön Richtung Allianz. Wir begleiten uns ja all around momentan. Und dort hören wir uns nächste Woche wieder. Mal schauen. Aber dann sind wir wahrscheinlich wieder hier, denn ist ja auch alles abgebaut. Nee, nee, so, die zahlen wir ja nichts mehr da stehen. Nee, nee. Also können wir keine Faktion machen. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir es ja mal on the road mal hin. Das wird dann nach dem Turnier mal eine Ja, vor den Turnieren mal bei einem Aufbau. Warum denn nicht Dienstag, wenn wir aufbauen? Angenommen, es würde München Dienstag aufbauen und wir können dann schön den Stift fallen lassen und sagen, nee, sorry, wir müssen einen Podcast aufnehmen, aber seid mal nicht so laut, wenn ihr die Tribünen zusammenschweißt. Sowas wäre doch eigentlich ganz lässig. Das wäre clever. Ja, so machen wir das. Überragend. Okay, dann hören wir uns wirklich nächste Woche